Liebe Podcast, Recap und Westeros-Freunde, liebe Trauergemeinde, heute verabschieden wir uns von unserem König Viserys, auch bekannt als King Rottenbody bzw. Onkel Hotte, der kleine Scheißer, wie ihn seine Jungs aus dem Kegelklub liebevoll nannten. Nach acht Folgen entschlummerte er friedlich, vermutlich aber weiß das schon, und unterlässt eine große Leere in unseren Herzen sowie auf dem eiseren Thron. Gefühle und Umstände, auf die wir uns sieben Folgen lang haben vorbereiten können. Sein Tod erinnert ein wenig an die weißen Wanderer, eingeführt in den ersten drei Minuten, ausgeführt später, sehr viel später. Niemand sonst aus House of the Dragon konnte so gut wie er den Verfall des Reiches physisch wie psychisch aufzeigen. Er gab für uns alles, hier ein Auge, dort ein Arm, gerne auch mal eine Ehefrau. Er war kinderlieb, beschäftigte sich hingebungsvoll mit der Jugend, gerne in Form einer Heirat, und hatte alle seine Kinder gleich gern. Die Pro-Kampagne für Inzest sollte seinen Namen tragen. Natürlich, am Ende seines Lebens wusste er nicht mehr wirklich, wer wer ist. Namen kamen und gingen. Ein Problem, mit dem er gewiss nicht alleine dasteht. Wir vom Telestammtisch wollen uns mit allem gebührenden Respekt von diesem König verabschieden. Einem Monarchen, der uns rückblickend Folgendes lehrte. Vertrau niemals einem Otto, heirate nicht die beste Freundin deiner Tochter und akzeptiere deine Enkelkinder so wie sie sind, sie hauen sich ja sowieso gegenseitig die Schädel ein. Aber, wie lautet eine alte valyrische Weisheit, was willst du machen? Er entschied sich dafür, zu sterben. Eine Entscheidung, die gewiss doch weitere Anhänger seine Blutlinie wählen werden. Ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, sei dahingestellt. In diesem Sinne, auf ein Wiedersehen, gute Reise und vielleicht sehen wir uns in Flashbacks wieder. Und jetzt viele Vergnügen mit dem Recap. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Der König ist tot. Lang lebe der König. Folge 9 setzt nahtlos an die letzte Episode an. So auch wir mit unserem Recap zur aktuellsten Folge House of the Dragon. Bereits zum vorletzten Mal, zumindest in den regulären Folgenrecaps, ein feuriges, unbändiges und vielleicht auch ein kleines trauriges Hallo an meinen tapferen Mitstreiter Dom. Hi. Valaduheris, auch heute hallend aus Halle 9. Und ein Willkommen zurück und Valaduheris an den Mann mit den vielen Namen und neulichst auch Trauerredner. Hallo Stanley. Den verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ja, Valaduheris auch. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ja, Valaduheris auch. Ich bin Paul und ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Es ist allerhand passiert und das, obwohl in dieser Folge gefühlt die Hälfte der Charaktere ausgeblendet wird. The Green Council, wie es heißt, der Grüne Rat, dreht sich fast ausschließlich um die Fraktion der Grünen rund um die Hightowers. Danke an dieser Stelle erneut für euer Feedback. Auch mal namentlich an Dragons Daughter und auch den konservativen Schreck, die wöchentlich viel Input auch in die Kommentare nochmal bei YouTube schreiben. Vielen Dank an auch die anderen, die ebenfalls kommentieren, die bewerten, die Feedback geben. Das freut und hilft uns wirklich sehr. Und wir sind auch gespannt, was ihr zu dieser Folge hier zu sagen habt. Ohne große Umschweife starten wir rein in die Folge. Es ist Nacht. Wir sind im Roten Bergfried, der unheimlich verlassen wirkt. Wir sehen den letzten Atemzug von Viserys quasi durch die Gänge gleiten. Wir sehen einen ruhenden Thronsaal. Der kleine Rat ist auch wie leergefähig, leere Hallen und Gänge. Im Hintergrund setzt ein ganz unaufdringliches Klavierstück ein, was sich über die nachfolgenden Szenen richtig, richtig schön aufbaut. Ich war sofort wieder drin, sofort wieder bei den Vibes der letzten Folge. Ist du trauernd oder wie hast du diese erste Szene, beziehungsweise den Tod von Viserys in letzter Folge mitgenommen? Naja, also ich muss ja sagen, bei seinem Tod dachte ich mir so, ich glaub's erst dann, wenn's soweit ist. Also richtig. Und ganz ehrlich, seit der zweiten Folge oder so, warte ich ja darauf, dass der mal abnippelt. Also nach diesem Sechs-Jahre-Zeitsprung, wie das war, dazwischen noch die Folge fünf oder sechs, wo ich echt dachte, wie der lebt noch. Ja. Und deswegen war jetzt für mich ganz klar, okay, jetzt ist er wirklich tot. Also ich weiß, das Ende von Folge acht war schon so, dass man sehr deutlich erahnen oder sehen konnte, dass er jetzt wirklich über die Wupper geht. Aber für mich war es so, ich will den Beweis haben. Und ganz ehrlich, ich glaube auch immer noch zu 0,4 Prozent, sag ich mal, dass der irgendwo noch lebt. Ja? Dass der vielleicht sich denkt so, wisst ihr was, ich hab das Königsein satt, ich möchte lieber als Kinderkämpfer jetzt leben. Und was weiß ich, falze ich die Zähne und beginnt ein neues Leben. Eher unwahrscheinlich, aber ich hab halt echt lange darauf gewartet, dass der abkratzt, weil es halt sich immer angekündigt hat. Und jetzt ist er halt endlich tot. Und ich merke gerade, wie bestialisch das wirken muss, wenn ich jetzt sage, endlich ist er tot. Aber ich hatte jetzt am Anfang der neunten Folge endlich meine Bestätigung. Es gibt in dieser Folge noch eine Szene, bei der ich auch sehr irrationale Gedanken hatte, was eine Figur betrifft, weil ich für den Bruchteil einer Sekunde wirklich im Kopf hatte, oh, jetzt kommt Viserys nochmal. Aber das merke ich dann vielleicht nochmal an gegebener Stelle an. Aber er kam ja, man muss ja bedenken, wir sind hier nicht in der Gruft von Winterfell, wo man dann auch dachte, bei der langen Nacht in Staffel 8, dass vielleicht da irgendwie noch ein Ned Stark um die Ecke kommt mit seinem Kopf unterm Arm. Ja, gut. Ganz so still ist die Nacht dann doch nicht, beziehungsweise ganz so verlassen ist das alles dann nicht. Wir sehen einen Jungen, der dort irgendwie durch die Gänge streift. Man hört auch so einen Wind. Und als der Junge diese Tür öffnet, auch so ein leises Vogel zwitschern. Ich weiß nicht, Dom, wo kommt der plötzlich her? Ich hatte da, wahrscheinlich spielt es gar keine Rolle. Und Stu fragt sich jetzt schon wieder, wer, warum. Aber er war auch gekleidet wie jetzt, also nicht gekleidet wie ein von den kleinen Vögelchen oder da, sondern er sah schon aus. Er hatte schon so Prinzenkleidung oder so an. Deswegen war ich kurz verwirrt, ob ich jetzt vielleicht doch einen Nachkommen oder irgendwie von meiner Liste vergessen habe. Oder ob es einfach ein Sohn von den Bediensteten oder ein Kind von der Dienerschaft oder so war. Ja, ich bin da ehrlich gesagt auch so ein bisschen am Überlegen. Also erst war ich so Gottfried, aber das kann ja nicht sein. Der ist ja auch gar nicht, glaube ich, mitgekommen in der letzten Folge nach King's Landing. Und ja, mit einem kleinen Vögelchen war ich auch erst so gegangen. Ein kleines Vögelchen, was vielleicht auch ein Bastard von Aegon sein könnte. Äh, vielleicht ist es auch eines der Kinder von Helena eventuell. Die sind ja auch noch ziemlich klein, wobei dafür ist der dann jetzt wiederum zu groß. Es hat auch, glaube ich, jetzt nicht so die Riesenbedeutung. Nein. Es soll vielleicht dann auch vor Augen führen, was wir dann hier, also was Lord Laris, äh, ja, er ist wieder da, äh, hier, ähm, äh, dann eine Alison später vor Augen führt, in einer sehr viel späteren Szene, wo wir da noch zu kommen. Dass sich das Spinnennetz um die ganze, um den roten Bergfried legt, sozusagen. Und es ist auch lustig, wie wirklich keiner mitbekommt, weil, ja, Wachen war wahrscheinlich kein so attraktiver Job. Weil man sieht erstaunlich wenig Wachen in dieser ganzen Serie, nicht nur auf Driftmark, sondern auch in Königsmund. Jedenfalls, der Junge rennte durch die Gänge oder läuft durch die Gänge und kommt schließlich bei den Bediensteten heraus und berichtet als erstes Talia, äh, etwas, also wahrscheinlich vom Tod des Königs, denn Talia wiederum trägt diese Nachricht an Alicent weiter, die somit die erste von den Mainplayern ist, die von dem Tod von Viserys erfährt. Es sind ja so ein paar Bedienstete, die tatsächlich davon erfahren. Und, also, es wird ja sichergestellt, dass nichts nach außen dringt hier, ne? Das ist ja so die Triebfeder der ersten Hälfte eigentlich der Folge. Mhm. Weiter getragen wird's nur innerhalb der Familie. Alicent bringt's natürlich schnell zu ihrem Vater und es kommt zum ersten Dialog zwischen ihr und Otto Hightower. Und da geht's dann auch nochmal um das, was Alicent in der Nacht noch aufgeschnappt hat, bevor Viserys verstorben ist, nämlich, dass Aegon König werden soll. Und sie es natürlich für sich annimmt und für sich interpretiert, dass sie damit Aegon II, also ihren Sohn, ihren Viserys Kind, meint. Und, ja, also, weil sie glaubt ja wirklich, dass das an sie gerichtet war, um einfach nochmal so auch ihre Seite so ein bisschen zu unterstützen. Und das macht man in dieser Folge ja sehr gut. Ich finde diese Folge, wie gesagt, der grüne Rat oder so, das steht alles im Vordergrund. Und vor allen Dingen Alicent, die kommt hier auch wieder Profil. Ja, definitiv. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir ja wirklich die Targaryen-Seite hier nahezu abstinent haben in dieser Folge. Also, dass die wirklich gar nicht vorkommen. Und man hat ja jetzt auch schon gehört, das kann ich ja hier dann auch schon sagen, dass es ist jetzt bekannt geworden, dass das hier, zumindest natürlich dann in dieser Staffel, das ist die letzte Episode, in der wir Olivia Cooke als Alicent sehen. Das heißt, und man hat's ja schon gesehen, die nächste Folge wird ja irgendwie, also das Staffelfinale wird The Black Queen heißen. Da kann man dann von ausgehen, dass sie dann da genau dasselbe machen, wie hier mit der grünen Seite, dass sie wirklich so, ja fast eine Momentaufnahme irgendwie inszenieren. Es gibt eine ganz, ganz kleine Szene, wo Vitalia sehen, wie sie da an einem Fenster ein paar Kerzen anzündet. Und erst hab ich gedacht, ach, schön, guck mal, sie macht dort die, sie zündet einfach die paar Kerzen an, aber es ist natürlich ein Signal, was sie damit nach außen sendet. Und wie immer leuchten die Kerzen in Game of Thrones, in der Welt von Game of Thrones oder eben hier House of the Dragons wahrscheinlich besonders hell, dass man das auch in Königsmund noch irgendwo gesehen haben muss. Genau, das ist ja dann das Signal an, also man hat ja schon gesehen, dass diese Talia, dass die irgendwie eine Connection hat zu Mysaria, die ja irgendwie dieses Freudenhaus leitet. Und Mysaria ist ja auch sehr wichtig in dieser Folge. Das kann ich auch noch mal zu ... Da gibt mir was zu tun, ja. Das kann ich auch noch mal zu letzter Folge ergänzen, weil wir ja den Eindruck hatten, dass diese Szene mit ihr und Talia so ein bisschen verloren wirkte. Die ist allerdings tatsächlich wirklich richtig wichtig und baut eindeutig ... Also die baut sowohl das jetzt hier auf, als auch etwas, was wir höchstwahrscheinlich im Staffelfinale sehen werden. Aber da komme ich an anderer Stelle noch mal an. Ja gut, also für mich war es eigentlich einfach nur von wegen der Erinnerung an die ZuschauerInnen hier. Die gibt's auch noch. Aber vielleicht doch noch eine Ergänzung zu Talia. Letzte, verletzte Folge, wo wir sie ja auch in einer Szene so ein bisschen mit jemand anderem verwechselt haben. Da hat uns aber, ich glaub, Theresia war's, vielen Dank wieder an dieser Stelle, dann noch mal darauf hingewiesen, dass es tatsächlich letzte Folge Helena war, die da zu Aegon und Alicent reingekommen ist und sich nach Diana erinnert hat. Und dass sie auch diejenige war, die Alicent da so stark dann noch mal umarmt hat. War nicht diese Helena nicht auch die, die quasi in der letzten Folge schon das Ende von dieser Folge weggenommen hat? Ja, hat sie schon. Nee? Ja, doch. Die hat doch in der letzten Folge so was gesagt. Das hast du sogar gesagt, Dom. Genau, hüte dich, was unter den Brettern ist. Ach so, ja, das sagt sie hier auch noch mal. Ja, obwohl, ja, da ist nicht unbedingt das mit gemeint. Naja, wenn ... Aber man kann's durchaus ... Man kann es schon so deuten. Ja, ja, natürlich, man kann es so deuten. Aber es deutet auch noch auf was anderes hin, weil das, was wir am Ende der Folge sehen, das ist tatsächlich ... Also, das ist hinzu erfunden als dramatischer Höhepunkt irgendwie in dieser Folge. Und ... Wieso hinzu erfunden? Das ganze Ding ist erfunden. Das ist nicht echt, Dominik. Ist dir schon klar, oder? Hinzu erfunden. Man kann es halt in beide Richtungen deuten, haptisch recht, ja. Wir gesellen uns mal zu der kleinen Ratssitzung, die in dieser Folge stattfindet. In der kleinen Ratssitzung wird vor ausgewählten Publikum, das nenne ich es mal, natürlich verkündet, dass Viserys verstorben ist. Ich hab mich sowieso so ein bisschen gefragt, also, wann das jetzt nachts stattfindet, also eben in derselben Nacht, wo die wir auch letzte Folge gesehen haben, da muss ja wirklich dieser, wer auch immer das am Anfang war, aber der muss ja dann im richtigen Moment, oder ich weiß nicht, ob er gewartet hat, oder ich weiß es nicht, muss im richtigen Moment das mitbekommen haben, dass der König tot ist, damit er es dann allen erzählen kann, wenn die Sitzung dann auch noch nachts stattfinden kann. Aber ja gut, wir trauern um Viserys, den Friedvollen. Er hat ja in Folge 5 oder 6 hat er sich ja noch darüber Gedanken gemacht, wie er denn in Zukunft genannt werden wird, wie man ihn denn in Zukunft sehen wird, welchen Beinamen er auch erhält und ich sag mal so, Viserys, der Friedvolle ist doch ein Image, auf das man aufbauen kann, oderst du? Ja, er sagt ja auch, glaube ich, vor irgendeiner Folge, dass er selbst ja irgendwie jetzt noch nie so richtig im Krieg aktiv war. Genau. Und das hat mir ein bisschen gekränkt, deswegen glaube ich, dass für ihn das Friedvolle schon was Hämisches hat. Also ich glaube, für uns denkt man erst mal, okay, der Friedvolle, das klingt schon irgendwie ganz nett und weise, ja. Also wirklich angemessen, aber ich glaube, Viserys denkt sich so jetzt in seinem Grab, so, scheiße, hätte ich mal Krieg gemacht. Ich, 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 also das redet er ja auch schon mit, ich glaube, da war es noch strong, seine Hand, redet er mit ihm auch drüber. Und ich finde es aber auch so schön passend jetzt, weil er ist ja genau in dem gegangen, er ist ja mit dem Gedanken gegangen, ich habe jetzt den Frieden auch innerhalb der Familie, nicht nur hier, was das Reich betrifft, sondern innerhalb der Familie gewahrt. Und deswegen passt halt Friedvoll auf so vielen verschiedenen Ebenen und ja auch gleichzeitig zu dieser Illusion, in der er bis zum Tod gelebt hat. Also ich meine, er hat ja so gesehen die Friedensherrschaft von seinem Vorgänger Jaehaerys weitergeführt, aber halt auch irgendwie unter so einem Schleier, beziehungsweise der hat ja irgendwie vor allen möglichen Sachen die Augen verschlossen. Man muss natürlich aber auch hierzu sagen, bin mir nicht sicher, ich glaube, der Beiname der Friedvolle taucht auch nicht auf in der Vorlage, die ich jetzt mittlerweile tatsächlich als Hörbuch höre inzwischen. Und es passt aber insofern, weil Viserys, habe ich ja schon oft gesagt, ist halt so ein Lebemann gewesen, so ein Partykönig. Der war auch unter anderem deswegen nie im Felde, weil er in seinen schon relativ frühen Jahren ziemlich fettleibig war tatsächlich. Und der hat sich nie wirklich für Politik interessiert, sondern Bälle, Feste, Turniere veranstaltet. Und das kam ja durchaus auch rüber. Aber man muss ja auch sagen, ich würde Viserys so zusammenfassen für mich persönlich, das war ein guter Mensch, aber ein schwacher Herrscher. Du müsstest ja nachvoll verpasst ja dann. Der macht ja auch lieber Party. Ja, nur anderswo in Flohloch eher. Ja, aber da kommen wir ja noch zu. Genau, Otto unterbreitet dann auch den Anwesenden den letzten Wunsch des Herrschers, nämlich, dass Aegon auf dem Thron folgen soll. Er hätte den Segen des Königs, sagt er, glaube ich. Und schon geht's los. Und es sitzen ja verschiedene Herren im Rat, bei denen man auch, also wirklich im Rat sitzen an sich eigentlich nur Randfiguren, die halt immer auftauchen, wenn's gerade um den Rat geht. Zum Beispiel, wen sehen wir da? Bitte den Lord Beesbury. Beesbury's. Ja, wir sehen nicht mehr so viel von ihm. Den Bienengraben. Ich hab, ja gut. Und den Lord Lannister. Welcher Lannister war's? Thailand. Thailand Lannister. Ja, der springt auch direkt darauf an und sagt dann auch, ja, mit dem königlichen Segen können wir jetzt endlich eure lang gehackten Pläne vorantreiben, Lord Hightower. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das hat mir fast schon imponiert, dass da jetzt endlich mal Tacheles geredet worden ist. Da wurde nicht so hinter der Blume geredet, sondern wirklich direkt raus so so, wir haben jetzt hier eine Verschwörung, jetzt wird das gemacht. Was bist du für ein, was bist du für ein herzloser Zuschauer? Ich war mindestens bei Alison, die da wirklich, also die richtigen Sätze geschaut hat. Ey, es tut mir leid, also nichts gegen Alison als Figur oder schon gar nicht gegen Olivia Cooke, aber die muss ja auch mit Scheuklappen durch die Welt gegangen sein, wenn die jetzt so überrascht wird. Was? Ihr plant eine Verschwörung? Das ist mir doch gar nicht auf. Ja, die ist von dem Ausmaß, ist die, oder beziehungsweise was die wirklich vorhaben. Denn letzten Endes dreht ja Otto Hightower den Spieß um und das, was er Alison all die Jahre prophezeit hat, von wegen, dass du und deine Kinder niedergeschlachtet werden, er will ja jetzt im Grunde dasselbe mit Rhaenyra machen, nur ihr zuvor kommen. Ja, aber also, ich denke mir mal, das ist doch klar, weißt du, wenn die eine Partei das macht, dann wird die andere es erst recht machen. Also, ich finde es dann auch, also, ich fand es ein bisschen arg übertrieben, wie sie reagiert hat. So nach dem Motto, was, Butter hat Cholesterin? Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Ich, also, verstehst du, ich hab's auch eher so, dass sie entsetzt war, dass es jetzt erst mal so, also, der König ist gerade gestorben, ja, jetzt ist kurz, also, die Nachricht ist eine Stunde alt, so ungefähr, und Alison, Leiche ist nicht mal erkalte. Alison ist ja auch wirklich eine Figur in dieser Folge, die auch tatsächlich trauert, irgendwie, im Gegensatz zu allen anderen, die das so ein bisschen, ja, komm, zurück zum Tagesgeschäft, und dass sie darüber entsetzt ist, und ich hab mich dann auch so ein bisschen gewundert, dass sie so erstaunt drüber war, dass dieser Plan, oder als sie von diesem Plan erfährt, dass eben Aegon natürlich als Erbe eingesetzt werden soll und eben nicht Rhaenyra, und ich weiß nicht, ob sie sich da wieder irgendwas hingegeben hat, aber ihr Vater hat's ihr ja auch mehrmals ins Gesicht gesagt, und auch in Folge 7, nach dem, nach der Konfrontation mit Rhaenyra ja auch gesagt, ja, hier, das ist das Spiel, und Otto hat ja geglaubt, damals jetzt, jetzt will sie, jetzt will Alison das zum ersten Mal gewinnen, und ja, ich weiß nicht, ein bisschen erstaunt über ihre, äh, über ihre Verwunderung, oder über das war ich auch, aber ich hab's, wie gesagt, eher auf der Gefühlsebene gesehen, dass sie sagen würde, ey, können wir kurz vielleicht erst mal über den, über den Tod, also können wir das erst mal langsam angehen lassen, und jetzt nicht sofort wieder hier alles komplett über den Haufen werfen, oder, na gut, Otto und Co sehen da natürlich jetzt den Zeitpunkt zum Handeln, den es wahrscheinlich nie wieder geben wird. Ich würde es, ich würde es tatsächlich auch so auf der Gefühlsebene sehen, die ist ja auch noch ziemlich aufgelöst, als auch die da, als die da auch geweckt wird von Talia, wirkt die schon sehr erschüttert auch, ne, also da kann man jetzt auch noch mal überlegen, weil man ja immer mal so am Zweifeln war, ob er ihr wirklich was bedeutet hat, aber hier gibt's ja dann auch Szenen in der Serie, wo sie wirklich, oder in dieser Folge, wo sie wirklich ganz alleine ist und wirklich offen trauert, also deshalb ist das nicht alles wohl wirklich Scharade gewesen, aber man muss vorsichtig sein, die Frau, die neigt auch, glaube ich, ein bisschen zum Selbstbetrug, vor allem, ich glaube, was sie eher erschreckt, ist so diese, diese, diese Mechanik hinter diesem Komplott, also, dass sie da wirklich stehen, oh ja, der König ist da. Und das vielleicht auch Thailand und schon so wirklich so richtig tief drin steckt, ja, ja. Ja, und, und also sie sagt ja von wegen, war das jetzt hier hinter meinem Rücken, weil, also nicht nur Thailand springt drauf an, sondern Otto wirklich, ja, was haben wir zu tun? Zwei Hauptmänner aus der Stadtwache, die Damon immer noch gegenüber Loyal sind, die müssen weg, wir müssen Raben an, an Schnellwasser und Heilgarten schicken. Das ist das Protokoll, was nach dem Tod des Königs, wie wir es jetzt auch bei Thin Elisabeth II. hatten, so jetzt kommt, das ist, das muss jetzt geschehen, so. Den hatte Otto schon perfekt zurechtgelegt. Ja. Ich fasse das mal eben kurz für alle Star Wars Fans zusammen, die machen quasi Order 66, so. Ja, ein bisschen. Und wahrscheinlich schockiert sie auch, dass es, also von ihrem Vater wusste sie, dass sie, oder, ja, wie gesagt, er hat ihr es mehrmals aufgetischt, aber dass auch schon so viele andere dort in dem Rad, es gab da auch noch so einen anderen Herrn, der so schräg links von ihr sitzt, der ist ja auch sofort drauf aufgesprungen, einer, der nicht drauf einspringt, sondern sich wirklich dagegen stellt, das ist unser Lord Bienengraben. Und, och Mensch, ich hatte mir ja in dem Moment wirklich nochmal richtig ins Herz geschlossen. Natürlich auch gewollt von den MacherInnen, denn er ist auch wirklich der Einzige, der sagt, also ich habe Viserys so lange gekannt und ich glaube nicht, dass der seine Meinung dahingehend ändern würde. Natürlich nicht. 76 Jahre ist er, sie haben ihn sogar hier ein bisschen jünger gemacht, ich glaube, im Buch ist er über 80. Aber der sagt dann ja wirklich, ja, also, das ist ja auch schon ein Frevel hoch 10, der bezeichnet Aegon, also den zukünftigen König bezeichnet er als Hochstapler. Und er meint dann, ja, hier, die ganzen Lords haben Rhaenyra die Treue geschworen und dann meinen die anderen, ja Gott, das ist 20 Jahre her und die meisten von denen sind eh schon über die Wupper. Und er geht ja noch weiter und sagt, also eigentlich ging es Viserys letzte Nacht ja noch gut. Genau. Und die wirft ihr auch so in den Raum, vielleicht war es ja auch ein Mod, wo ich mich frage, okay, wo ging es ihm letzte Nacht gut? Also er sah ja schon ziemlich aus. Also wenn du schon in Fast 80 bist, dann geht es dir gut, wenn du noch aufrecht im Bett liegen kannst. Ja, vielleicht. Ja, vor allem muss man bedenken, Lord Beastbury wurde ja zuletzt auch gerne mal so dargestellt, dass er irgendwie auch selber so ein bisschen nicht mehr ganz mitkommt mit gewissen Sachen. Ja, aber umso schöner, dass sie ihn jetzt hier nochmal so darstellen. So ist ja wirklich einer. Ja, aber er ist halt umgeben von, ja, Korruption und Verrat. Also er prangert das dann ja wirklich an, es ist Betrug, es ist Raub, es ist Verrat. Und dann will der, glaube ich, auch schon gehen. Er eifert sich dann da und hinter ihm steht aber Sir Krautsalat. Okay, Entschuldigung. Ich sag's gleich vorweg, ich bin ein zynischer Bastard, aber ich fand's lustig. Weil für mich wirkte das nicht wie ein geplanter Mord, sondern mehr, dass dieser Lord Krautsalat irgendwie seine Kraft irgendwie ein bisschen falsch eingesetzt hat. Oder eigentlich, also es wirkt auf mich so, dass er den Kopf nur einmal so kurz so auf den Tisch klatschen wollte, so nach dem Motto Kopfnuss. Und er wirkte auf mich überrascht. Ups, oh, oh, das wollte ich nicht. Oh, das tut mir leid. Oh, ich glaube es nicht. Und ich fand's, ich fand's, ich fand's wirklich komisch. Es tut mir leid, aber das hat mir die Szene ein bisschen kaputt gemacht. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn er eben einfach, was die Kehle von hinten aufgeschlitzt hätte oder so. So ist es nämlich eigentlich auch in der Vorlage. Ja, aber die Vorlage kenn ich halt nicht. Und da fand ich's halt besser gelöst, dann wenig später, wo dann die Leute einfach abtransportiert werden. Das fand ich, war eindrucksvoller, als das, wie sie jetzt diesen alten Typen da gemacht haben. Weil es wirkte halt mehr so, wie so, Kopfnick, oh, oh, das tut mir leid. Ich hatte vor allem das Gefühl, dass er nicht mehr seinen Kopf, sondern er wollte ihn nur ein bisschen unsanft zum Hinsetzen zwingen. Ja. Aber so sehr, also er hat ihn ja wirklich dann runtergedrückt, dass er halt mit dem Kopf voll auf den Tisch knallt oder vielleicht auch auf dieses kleine Kügelchen, was da vor ihm liegt. Ja, die haben endlich mal eine Bewandtnis. Weil er, am Anfang wird ja auch da nochmal so Wert drauf gelegt, weil man so eine Kugel zugerollt sieht. Aber ich muss tatsächlich auch, ich fand's auch unwreiwillig komisch. Also ich fand's so, oh, ernsthaft, das war jetzt also. Also dieser, 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 dieser Lord Krautsalat, übrigens Kudos für den Namen, der wirkt halt da so ein bisschen wie jemand, der sich so ein Gurkenglas aufmachen will, seine Kraft überschätzt und dann das Glas zerbricht. Oh, oh, das wollte ich nicht. Oh, das tut mir leid. Aber wir haben, wir haben ja auch schon öfter gesehen, dass der, äh, Ja, der hellste ist er nicht, ne? Der hellste ist er nicht und, äh, zum anderen ist er ja auch, also gewalttätige Ausbrüche sind man, ist man ja mittlerweile von dem gewohnt, ne? Vielleicht hat mir der alte Sack ja vorher irgendwie, äh, außerhalb der Szene irgendwie angemacht. Kann ja sein. Wir wissen ja, wie der darauf reagiert. So, auf jeden Fall, einer, genau, ja. Es, es reagiert ja zumindest einer auf das, was dort passiert ist, nämlich sehr westerling. Konnte auch von ihm. Das ist der Hobbit, ne? der Zwerg, äh, Graham McHavish, ne? Genau. Gut. So klein ist er doch gar nicht. Nee, aber der spielt bei der Hobbit mit deswegen und auch bei, bei Rambo 4 war er auch mit dabei. Ja, und in The Witcher, glaube ich, jetzt auch. Ach, er ist der Zwerg aus Rambo 4. Genau. Der Kampfzwerg. Ja. Der zieht sein Schwert und kraut ebenfalls, aber, also kraut zum Schutz von Alicent, aber Alicent versichert, dass es ihr gut geht und beide Ritter stecken diese Waffen weg und Westerling ist wirklich entsetzt von dem, was passiert ist, aber Otto ruft da zur Ordnung und will dann doch ganz normal das Tagesgeschäft weiterführen und selbst den, äh, den Lord da noch am Tisch sitzen lassen. Ganz ehrlich, also, nichts gegen den Darsteller von diesem, äh, 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 Lord Krautsalat, ja? Aber, ganz ehrlich, da, 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 quasi sein Chef sagt halt, ey, Dude, es reicht jetzt, ne? Mach die, hör bitte auf mit der Scheiße und er meint dann sofort so, ey, äh, jetzt hier, beleidige nicht meine Königin oder so, wie, er hat sich doch gar nicht beleidigt, was ist denn das? Also, ich finde, dass er, dass er seine Königin ein bisschen sehr häufig immer so vorstellt, wenn er Scheiße baut, so, das habe ich mit der Königin gemacht. Ja, ja, das war irgendwie, ach, sehr Krautsalat. Jedenfalls muss ich sagen, wir werden ihn leider noch länger sehen. Jedenfalls muss ich sagen, dass der, hier der Oberkommandant, nenne ich ihn mal, fand ich ganz gut. Also, der hat ja ganz klar gemacht, Leute, macht eure Scheiße alleine, ich bin dem König verpflichtet und wir haben aktuell keinen König, also, ne, wir sehen uns. Dem wurde ja, er sollte ja, Otto geht ja noch weiter und es ging ja, zuvor wurde ja auch schon angedeutet, dass Rhaenyra und Co aus dem Weg geräumt werden müssen, bevor sich die Anhänger von ihnen um sie scharen und Otto ist ja wirklich, ähm, ja, schlägt, schlägt Sir Harold wirklich, äh, also, trägt Sir Harold auf, er soll nach Drachenstein gehen und es schnell und akkurat, äh, machen. Und er spricht's nicht mal aus, er sagt bloß, mach's schnell und, also, er wiederholt's, er legt's noch gar nicht mal, er kann's vielleicht selber in dem Moment noch gar nicht nochmal aussprechen und ja, Westerling zieht dann die einzig richtigen Konsequenzen für ihn und legt sein Amt als Lordkommandant nieder. Aber man muss ja sagen, ähm, äh, vorher, äh, also, bevor Otto das sagt, äh, will er ja zumindest wahrscheinlich auch um seine Tochter ein bisschen zu beruhigen, lenkt er ja irgendwie ein, dass man irgendwie auch ein, äh, jemand mit einem Gesuch zu Rhaenyra schicken könnte, äh, wo man ihr eben die Gelegenheit gibt, das Knie zu beugen vor dem neuen König. Ja. Vor allem, was Otto auch mit einbezieht, äh, oder was sie nicht vergessen dürfen, Dämen ist ja auch noch da und dann beruft er sich auch darauf, ja, also der König hätte es ja auch nicht gewollt, dass der jetzt irgendwie noch irgendwas zu sagen hat und dann Alicent, ja, aber der König wollte wohl kaum die Ermordung seiner Tochter. Das, das ist das, worauf Alicent so, so abgeht und es kann man auch nachvollziehen und dass, äh, Sir Harold dann da wirklich, äh, die Konsequenz zieht, seinen Mantel ablegt und sich verpisst. Ja. Ja, auch wieder in Gedenken an Sir Baristan Selmy, ne, so ein bisschen. das stimmt, ja. Ähm, man muss, man muss immerhin sagen, er wird immer, er darf immerhin noch gehen, also er darf noch rausgehen, das ist ja dann später. ein anderer zum Beispiel nämlich nicht, genau. Sie haben aber, das ist auch ganz wichtig hier, Sir Tyland Lannister, der weist nämlich darauf hin, ähm, äh, schon auf andere Verbündete, auf, äh, äh, Lord Boros Baratheon, äh, nämlich auch im Hinblick auf diese Spüre, die hatte ja damals Boromund Baratheon geleistet, der ist aber mittlerweile dann verstorben und da heißt es dann, ja, äh, hier die Baratheons auf Sturmkapp, die könnten Probleme machen, wir müssen jemanden zu Lord Boros schicken, der hat vier Töchter und wenn wir da nur dann den richtigen Antrag machen, dann haben wir ihn auf unserer Seite. Das wird nochmal tatsächlich ganz wichtig für Folge 10. Und, äh, Alicent ist ja auch wirklich, also die greift dann auch im, im Rad da wirklich, ich glaub, dieser Lord Wilde oder wie der heißt, äh, äh, der kann dann irgendein, genau, genau, die droht wirklich den aus dem Rad zu schmeißen und sofort zur Mauer zu schicken. Also da merkt man, die kann sich schon, ich mein, das ist ja auch schon krass, wie die hier wirklich in dieser kompletten Männerdomäne sitzt und sie in der Mitte fast manchmal fast schon so mädchenhaft, ne? Ich mein, so alt ist die auch noch nicht. Und diese ganzen alten Säcke um sie rum, die da lustigen Komplott, äh, stricken, ne? Es wird langsam Tag. Die Ereignisse von der Nacht ziehen sich natürlich bis in den nächsten Tag hinein und wir sehen mal wieder Helena in ihrem Gemach. Sie stickt etwas, ich hab nicht ganz erkannt, was es war und spricht auch mal wieder vor sich hin. Ich hab wieder ein Spinnmotiv, glaub ich wieder. Es ist unser Schicksal, glaubt sie, zu verlangen, was anderen vergönnt ist und Punkt, Punkt, Punkt. Wenn jemand etwas besitzt, will ein anderer es wegnehmen. Ich hab mir das direkt mal hier rausgeschrieben. Dieser Satz ist zumindest etwas weniger nebulös auf den ersten Blick, wie jetzt andere Sachen, die sie sagt, denn es passt ganz gut zu dem, was erstens im kleinen Rat abging, aber auch, was zum Beispiel Eamon in dieser Folge beschäftigt. Also es passt natürlich, lässt sich auf vieles in dieser Folge beziehen. Zu Helena müssen wir auch noch was Kleines ergänzen. Genau, wir müssen da von der letzten Folge noch was ergänzen. Nochmal Kudos an den Kollegen Sven. Der hat nämlich tatsächlich erkannt, dass sie wohl wirklich, also es ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich die Folge nochmal gesehen habe, bei diesem Abendessen in der achten Folge muss man mal darauf achten, Helena macht zwar einen Trinkspruch, aber sie trinkt nichts und auch wie sie sich dann hinsetzt, die ist schwanger in dem Moment und wir sehen ja dann auch hier, dass sie mit, dass da vor ihr irgendwie auf dem Boden Kinder spielen und das sind tatsächlich die Kinder, die sie zusammen mit Aegon hat. Also sie war hier zu dem Zeitpunkt, ist sie schon mit ihrem Bruder Aegon verheiratet und hat zwei Kinder, Jaehaerys und Jaehaera und unterwegs ist dann das dritte Kind, ich glaube, das wird dann Mählor heißen, also die waren ja verheiratet, die saßen auch nebeneinander an der Tafel, wenn ich mich recht erinnere und deswegen hat dann auch hier Jace Velaryon oder Luke, einer von beiden, ich verwechsel die auch immer, die zum Tanzen aufgefordert, um Aegon zu provozieren, weil Aegon dem ja die ganze Zeit irgendwelche schweinische Scheiße da ins Ohr geflüstert hat, von wegen erst ein kleiner Schloppspanz und sowas. Hast du, hast du gerade durchgesehen? Nein, ich höre euch gespannt zu, mach ruhig weiter. Ja, ich musste auch nochmal, aber jetzt sieht man sehr eindeutig, dass sie da mit den, mit zwei kleineren Zwillingen sitzt, ist auch noch eine Bedienstete da, Alicent stößt zu den Vieren und Otto kommt auch noch und die beiden fragen nach Aegon, aber der ist nicht in seinen Gemächern. Helena fragt auch, was denn passiert sei und Alicent setzt sich da zu ihrer Tochter, aber bevor sie was sagen kann, da kommt sie wieder da mit den, mit den Biest unter den Dielen und wehrt auch so die, die Tröstversuche ihrer Mutter erst mal ab, bevor sie eigentlich so richtig aussprechen kann, was passiert ist, aber sie ahnt das ja wahrscheinlich schon und dann sieht man auch noch, wie Aemond zu den beiden stößt. Genau, der aber nichts großartig sagt. Nee. Wobei ich meine, Viserys war ja auch sein Vater, ne? Und dann haben wir glaube ich einen Szenenwechsel zu Otto, der schon wieder rausgestürmt ist, weil er so entsetzt ist, dass Aegon schon wieder fehlt. Ja, so könnte man auch die ganze Folge nennen, Where the fuck is Aegon? Ja, das ist wie so ein Wimmelbild, so, where is Aegon? Und dann musst du den suchen. Und diesen hier, das ist jetzt auch ein bisschen tricky, also diesen Sereric, den haben wir auch schon in der vorherigen Folge gesehen, ich glaube einer, also das sind ja zwei Brüder, es gibt einmal Sereric und einmal Seraric, Kargil, jeweils. Die macht das Ganze viel einfacher. Genau, der eine ist der Leibwächter, glaube ich, oder auf jeden Fall Mitglied der Königsgarde, oder nee, genau, die sind beide Mitglied der Königsgarde, aber einer ist der persönliche Leibwächter von Rhaenyra gewesen, oder ist der persönliche Leibwächter von Rhaenyra, das ist auch hier eine Änderung gegenüber der Vorlage, weil in der Vorlage ist er tatsächlich mit auf Dragonstone und die beiden sollen jetzt jedenfalls im Auftrag von Otto losziehen und den Prinzen finden und er sagt dann, glaube ich, direkt zu Erik ja, der flieht vor seinen Leibwächtern, hängt sie ab und macht, was er will. Ja gut, er hat den befohlen, dass er wegbleiben sollte oder dass er woanders, er nutzt die Befehlsgewalt aus, sagt er, glaube ich. Genau, richtig, richtig. Ja, ja, genau, er nutzt die Befehlsgewalt aus und Otto ist es ganz wichtig, dass das Ganze mit Diskretion vonstatten geht, also die sollen den so schnell wie möglich finden, aber die sollen ihre weißen Umhänge abnehmen und sich auch nichts anmerken lassen, also wirklich inkognito. Das ist das Schöne, eine Folge, dass durch diese Teilung jetzt, also dadurch, dass man überhaupt nichts von Rhaenyra und Damon und so weiter mitbekommen, dass jetzt eben auch nochmal die Risse innerhalb der einen Seite oder was gezeigt werden, diese Entzweihung, die ja auch später in dem Dialog von Alicent und Otto zum Vorschein kommt, dass das jetzt wirklich nochmal quasi unter die Lupe genommen wird, finde ich sehr schön und hier hat jetzt diese Musik, die wirklich zu Beginn der Folge angefangen hat und hier jetzt mit ihrem Bild so ein bisschen den Höhepunkt erreicht, also es hat mich schon sehr an an so Light of the Seven allein vom, wie es aufgebaut ist jetzt, nicht mit dem großen, mit dem großen Ergebnis, aber mit diesem, fand ich sehr, sehr schön und da hat mir wirklich, ach Javadi, weißt du, der macht in dieser Folge auch so viel richtig und trägt dieser Folge so viel bei, also ohne ihn, ich könnte es mir nicht vorstellen, ich könnte mir nicht vorstellen, dass diese Serie ohne ihn ansatzweise auch nur irgendeine Atmosphäre oder sowas hätte kreieren können. Ja, wobei man natürlich sagen muss, ähm, er holt bei sowas natürlich immer sehr schnell das Klavier raus, ähnlich, äh, wie zum Beispiel auch sein, äh, Maestro Hans Zimmer, aber es passt hier insofern auch, wenn man dann auch hier Miguel Sapochnik und Ryan Condell hört im, äh, im Inside the Episode, die sprechen davon, dass diese ganze Folge eigentlich so konzipiert ist, wie so eine Art, äh, äh, Thriller nach Hitchcock und, äh, diese, hier diese Sequenz mit der Sprengung der Septe, äh, wurde ja jetzt Light of the Seven erwähnt, die war ja wirklich in bester Hitchcock-Tradition inszeniert, deshalb passt das sehr, sehr gut, also ich, ich fand's, ich fand's auch ganz toll, generell Javadis Musik ist in dieser Folge richtig, richtig stark. Ja. Umschnitt, wir sehen Rainis, die in ihrem Bett aufwacht und dann auch ihren Raum verlassen möchte, doch jemand hat die Tür verriegelt, sie kommt nicht raus, sie, äh, beobachtet von einem kleinen Fenster aus, wie die Bediensteten zusammengescharrt werden und von den Wachen irgendwo hingeführt werden, wir sehen darunter Talia, die mit ins, ich weiß nicht, Stu, wie, wie hast du das gelesen, weil Talia taucht ja später dann nochmal auf, wenn ich mich nicht irre. Ich hab das so gelesen, dass da eine ältere Frau ist, die nicht aus ihrem Zimmer kommt und das scheiße findet, dann sieht, wie Wachen, äh, Bedienstete abgeführt und ich mir gefragt habe, ja gut, das sind dann entweder die, die böse sind und jetzt weggesperrt werden oder halt eben, die bekommen jetzt einfach halt den, ja, das Briefing, Leute, äh, macht euch bereit, jetzt ist ja, jetzt König ist tot. Ich hab, und hab Talia das nicht erkannt. Die werden ja in den, in den Kongressraum gebracht. Ja, und dann hat genau, Otto hat den PowerPoint vorbereitet, wo er seinen Zehn-Punkte-Plan draufgeschrieben hat und dann, weil ich hab mich gewundert, sie werden in die, die werden doch ins Gefängnis oder in den Kerke oder so geführt, oder? Ja, die werden da reingeführt. Aber werden die dann einen Tag dort behalten, bis es Otto dann selber sagt, oder was? Naja, kann ja sein, dass sie, dass sie sagen, so von wegen, pass auf, wenn ihr jetzt nicht spurt, passiert euch das. Auch, aber es hängt in erster Linie damit zusammen, als Alison zu ihrem Vater kommt, fragt er ja direkt, wer weiß das? Ja, und da einige Begriffshitte. Genau, und deswegen auch diese Szene ganz am Anfang mit Talja und diesem Jungen da in der Küche, die werden das ja alle irgendwie mehr oder weniger mitbekommen haben und du musst bedenken, sowas spricht sich rum wie ein Lauffeuer. Und hier muss wirklich von Otto, muss gewährleistet werden und das sieht man dann ja auch am Ende der Folge, die Bürger, oder das Volk, darf erst ganz zum Schluss erfahren, dass der König tot ist und dann muss direkt der neue Platz nehmen. Aber es ist auch, da kann ich dann auch sagen, in der Vorlage ist das auch noch anders. Da lassen die tatsächlich, glaube ich, über eine Woche, lassen die niemanden in das Schlafgemach von Viserys und also nicht mal die schweigenden Schwestern dürfen da rein und also das, und dann ist es, glaube ich, auch so, dass irgendwann, also, müsst ihr überlegen, nach einer Woche, äh, Monatenleiche irgendwann auch und dieser Duft, äh, in Anführungsstrichen, der zieht dann auch, glaube ich, durch die, durch die komplette Feste und, und erheizt dann halt noch mehr die Spekulationen an, ne? Aber dass auch niemand, jetzt, denke ich gerade noch mal nicht mehr nach, dass auch niemand jetzt irgendwie das bewacht hat, ich meine, muss doch auffallen, wenn sich jemand in das gemachtes Königs schleicht. Naja, äh, da ist übrigens das, das Bild ab von der Musik erst so richtig zu Ende, jetzt sehe ich hier auch meinen Stichpunkt, den ich bei der Szene mit Otto und Eric zuvor schon angesprochen habe, aber die geht noch ein bisschen noch und, ach, ich habe mich gefreut, dass Reynus noch nicht abgereist ist, nicht wie Braille Lura und die anderen und dass wir sie diese Folge sehen und sie tatsächlich ja auch wieder einen nicht zu vernachlässigenden Auftritt in dieser Folge hat, fand ich, fand ich toll. Ja. Nicht toll ist Crowd, der kommt jetzt wieder, ja. Der berichtet Alicent, dass Otto Eric losgeschickt hat und, also erst mal wieder sein, sein, sein Totschlag da oder so, der bleibt erst mal so vollkommen, also vollkommen irrelevant, was auch, was man jetzt denen erzählt, ja gut, der ist an Altersschwäche gestorben, wären sie wahrscheinlich den anderen, ich weiß gar nicht, wie es mit seiner Familie, mit der, mit der Familie Bienengraben aussieht, das wahrscheinlich. Das, äh, im, im Buch ist das tatsächlich so, dass, äh, nach außen kommuniziert wird, dass der in eine der schwarzen Zellen geworfen wurde und dann dort an eine Erkältung gestorben. Naja, er war ja auch schon alt, der Mann, ne? Ähm, also für Westeros Verhältnisse. Und Alicent fordert Kraut in dem Gespräch auf, Aegon zu holen und auch Aegon vor Errik zu finden, also sehen wir hier das Geplotte quasi von Vater und Tochter im Fasten Parallelschnitt, ähm, und Aemond, der, da die ganze Szene, in der Szene sitzt er, glaube ich, am Feuer oder steht da irgendwo rum, äh, Aemond möchte ihn begleiten, denn nicht nur Sererik kennt Aegon gut, sondern Aemond natürlich auch und er denkt zu wissen, wo sich Aemond in Königsmund aufhalten kann. Claire Killner hat's mit Königsmund-Episoden, also Episoden, die auch in die, ins Stadtgeschehen eintauchen und, äh, genau da begeben wir uns jetzt auch hin. Die beiden, äh, begeben sich zur Straße der Seide, wo Aemond auch schon das ein oder andere Mal von Aegon hingeschleppt worden ist, als sie noch Ja, an seinem 13. Namenstag genau, ein bisschen jünger waren. Ich sag mal so, Aemond ist jetzt auch nicht der Unauffälligste mit seiner Augenklappe da. Vor allem, vor allem da ist doch so ein richtiger Scheißspruch an einer Stelle. Ich, ich weiß nicht mehr, wer das zu wem sagt, aber sie sahen wirklich, also das heißt an einer Stelle wirklich, Zeit, das schwer zu ölen. Okay, gut, das hab ich tatsächlich nicht mitbekommen. Und sie, sie, sie gehen ja hier ins Brotel, ne, also, oder zumindest zum Brotel, also, da braucht man nicht eins und eins zusammenzuzählen. Und, äh, Kristen Cole ist da, glaube ich, aber total, also, da, da merkt man auch schon, der ist so richtig vom Konservatismus von Alison auch irgendwie eingenommen, wo er dann sagt, die Mutter. Ja, also, jede Frau ist ein Abbild der Mutter und hat unseren Respekt verdient. Die klopfen da an einen bestimmten Interpellissement an, genau, wo sie eben reden, ähm, aber dort wäre, ach so, ja, wo Crowd dann auch einfach so sagt, also, erst redet er so ein bisschen drum herum und dann sagt er, ja, nee, wir suchen den Prinzen. Ist der hier? Ja, ja, ja. Erst verlangt er nach Diskretion und dann komisch. Nee, der Prinz, der kommt nicht, der ist nicht, nicht wählerisch. Der ist nicht hier. Im Hintergrund sieht man auch schon die, also, wenn man so ein paar Blicke durch die Gassen wirft, die beiden Eric-Brüder da auch schon herumstrahlen. Ja, genau. Und, seien wir ehrlich, auch Eamon sieht Damon in diesem Umhang einfach so ähnlich. Ja, man hat ja auch schon, äh, bei der Dinner-Szene in Folge 8 gesehen, dass die, also, die haben ja vielseilende Blicke getauscht und man merkt auch, dass Eamon, also, Damon ist für Eamon irgendwo ein Idol, hat man das Gefühl, der nährt sich dem auch optisch immer mehr an, wenn man jetzt mal die Augenklappe beiseite lässt. Aber man merkt auch, die werden irgendwann aufeinandertreffen. Ne? Also, martialisch betrachtet, sag ich jetzt mal. Ja, bevor wir den beiden auf ihrer Odyssee da durch Königsmund weiter folgen, gibt es noch eine Szene im Thronsaal, wo Otto ein paar Lords zu sich, Lords und Ladies zu sich eingeladen hat, die das Knie vor Aegon beugen sollen, die also auch mit eingeweiht sind und, äh, macht's auch kurz und schmerzlos, keiner darf den Saal verlassen, bevor er nicht gezeigt hat, auf wessen Seite er steht. Ja, Stu, was passiert dann? Naja, dann, äh, gibt es, glaube ich, einen, der sagt, so, ja, ich müsste darüber noch mal eine Nacht nachdenken und dann sagt Otto, nö, also bleibst halt, kannst es gerne tun, aber so lange bleibst halt hier. ähm, die, die sich halt dagegen stellen, die werden halt abgeführt und das ist relativ, also für mich war es relativ deutlich, dass die wahrscheinlich, äh, nicht mehr nach Hause kommen werden, zumindest nicht in einem Stück. Ne, das war aber auch wirklich eine fiese Szene, ne? Das war richtig perfide von ihm, dieses, also entweder, ja, du kniest oder verrätst den Thron, so, aus sich und dann, tschüss. War aber für mich tatsächlich, äh, mit einer der besten und stärksten Szenen der ganzen Serie, weil sie zeigt, dass man nicht immer irgendwie alten Leuten das Gesicht zermatschen muss, um Eindruck zu schänden. Also ich finde, dass, äh, der Rice Evans als, äh, Otto Hightower oder Hohentower, mehr in Deutschland, glaube ich, heißt, äh, macht da echt einen guten Job und ich bin jedes Mal, jetzt, wo ich die Serie gesehen habe, weiter fasziniert, was denn aus Hugh Grant's Mitbewohner geworden ist, aus Notting Hill, wirklich. Wenn man sich das vor Augen führt, ist das schon krass. Ähm, ja. Also das war wirklich eine starke Szene. Ich mochte vor allem, dass sie, äh, sehr kurz war, weil ich finde, House of Dragon hat hin und wieder mal ein Problem, so das richtigen, den richtigen Endpunkt für eine Szene zu finden und die war halt kurz, kompakt, knackig und hat eigentlich alles gesagt und alles gezeigt, was du wissen musst. Fand ich schön. Ja, die war sehr ausdrucksstark, ne? Wir sehen ja dann auch diesen, ich glaub, der wurde ja in, äh, Folge Acht auch erst eingeführt, dieser Lord, äh, Craswell, ne? Mhm. Ähm, ja, ja. Der da Rhaenyra, äh, begrüßt hatte. Und der sich dann, Und der ist dann, der, äh, niederkniet, als er sieht, wie sowohl der Herr und auch Lady Fell of Felwood oder Lady Grimm, ich hab's auch nochmal im Deutsch. House Grimm. Genau. Ähm, wie die abgeführt werden. Die werden einfach weggebracht. Genau, da entscheidet er sich dann doch lieber erst mal niederzuknien. Erst mal mit den, mit dem Strom zu schwimmen. Ja, es ist wirklich, ich muss sagen, also die Szene, die hatte, also die, die, die war, also grafisch war der ja überhaupt nichts. Also dem wurden ja jetzt nicht irgendwie im Thronseil die Köpfe abgehackt oder sowas. Aber wie die halt einfach wirklich sich weigern dann so, also das, das hatte, das hatte echt schon was von der Nazi-Zeit. Ja. Das ist, im Grunde ist das eine ähnliche Szene eigentlich sogar, wenn man drüber nachdenkt, äh, wie die, wo, äh, Daenerys, ähm, die muss sich auch in der siebten Stapfel, bei den Tarlys, ja. Genau. Aber, äh, die Wahl, die sie dehnen lässt, die ist ja noch bescheuerter eigentlich, ne? Naja, es ist unverblümter, also noch unverblümter als Otto. Also es ist eigentlich, also dann halt aus der Sch... Das ist keine Wahl. Nö, nö, nö. Aber das hier ist ja auch keine Wahl. Also nur, dass es, nur, dass es halt nicht ausspricht. Ja. Und... Man darf auch nicht vergessen, die haben auch vor Otto Hohenturm insofern auch noch Respekt, weil, äh, äh, also der, der steht da nicht umsonst, mitten vor dem eisernen Thron. Und solange es keinen König gibt, sitzt er eigentlich als Lord Regent mehr oder weniger auf dem Thron. Selbst über den Tod hinaus, äh, ist ja die Stimme des Königs irgendwo auch. Bevor wir jetzt hier länger über die Szene sprechen, als die Szene eigentlich ist, müssen wir noch ein was ansprechen, denn am Ende sehen wir noch, wie das Ganze beobachtet wird vom Balkon aus von Lord Laris, der anscheinend immer dann ins Spiel gebracht wird, wenn's irgendwie mal wieder, wenn mal was ansteht, wenn's schnell gehen muss, mal wieder. Und wo ich mich frage, warum ist er dort? Er sitzt weder im Rat, er, ist er zu Besuch, taucht er, ist er immer dort? Interessiert das Otto nicht? Der ist der Vertraute, der ist der Vertraute der Königin, vor allem. Sei mal ganz ehrlich, aber die Vertraute, er hat sich ja in Folge 7 so ein bisschen, da gab's diese kleine Szene auf dem Schiff, die wir angesprochen haben oder auch nicht, ähm, aber wo Alice sind, also Alice sind, ist ja nie so diejenige, die sagst, ich, den behalte ich jetzt als Vertrauten so bei mir, sondern er schleimt sich ja immer so ran und sagt, wenn ihr was wollt, ich mach's, so nach dem Motto. Aber ich find sein, sein Auftreten und sein, so in das Bild dort richtig rein, passt er für mich nicht. Ja, aber du musst bedenken, äh, ich mein, die Folge heißt ja der Grüne Rat und der wird hier dann eigentlich gegründet, das heißt, der Grüne Rat hat dann eigentlich auch so, insofern nichts mehr mit dem kleinen Rat zu tun und da sitzt er drin. Wir sehen, also die Brüder Eric sehen wir wieder, die streifen da durch die Gassen und wir sehen auch schon, wie eine junge Frau auf die beiden aufmerksam wird und ihnen nachschleicht, währenddessen auch Aemond und Crowe weitersuchen. Ähm, die Zwillingsbrüder werden aber als erstes mehr oder weniger fündig, sie hören Lärm und sie dringen da in eines der dunkelsten Stübchen von Königsmund ein und es ist wirklich sehr schwungregt, dann ganz Dutzende Menschen, die zum Vormittag oder so sich da versammeln, die, die wetten, die jubeln, die grölen und dann sehen wir basically das, was die Thronerben vor zwei Folgen schon mal gemacht haben, nur mit mehr Publikum. Ja, und mit Kindern. Ja, die Thronerben waren ja da auch Kinder nach Aemons. Ach so, ja, ja gut, ja, aber es ist schon, also, äh, ja, das ist hier jetzt, brechen wir es runter, ist so ein Schau, äh, Haarenkämpfe mit, mit Kindern, die vielleicht zehn Jahre alt sind, wird an einer Stelle gesagt und die haben angespitzte Zähne und lange Fingernägel, damit sie furchteinflößender aussehen. angespitzte Zähne, also da lässt so ein bisschen Christopher Walken in Sleepy Hollow grüßen, ne? Und vor allem sehen wir hier dann noch, da wird aber nur kurz drauf verwiesen, äh, dass hier irgendwie ein kleiner Junge ist, zusammengekauert in der Ecke und, äh, der, äh, silbrigblondes Haar hat und anscheinend ein, ja, Bastard von, von Aegon ist und wahrscheinlich auch nur einer von vielen. Also, man muss sagen, also König Robert hat ja schon ordentlich vorgelegt, aber der hat ja auch schon ein gewisses Alter erreicht und jetzt hier, äh, äh, Aegon ist schon gut dabei. Okay, sag mal so, also bei Robert war es ja zumindest so dunkelbraun ist jetzt so eine, oder, ja, dunkle Haarfarbe ist jetzt nicht so ungewöhnlich in Königsmund. Ich kenne aber jetzt nicht so viele, mittlerweile wird es bestimmt auch welche geben in Königsmund mit weißen Haaren, aber das ist ja dann doch schon etwas auffälliger. Es ist ja auch, es gibt ja schon, äh, einige Theorien, die rumkreuchen im Netz, äh, dass das möglicherweise Gaemon, äh, äh, Hellhaar, also Palehair ist im Englischen, äh, der auch noch eine Rolle spielen wird und der tatsächlich ein, also dem nachgesagt wird, dass er ein Bastard, äh, von, äh, von König Aegon ist. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Das deuten sie hier nur so ein bisschen an. Aber schön, wie, äh, auch der eine, Erik, diese ganze, diese ganze Situation oder dieses Etablissement dazu nutzt, um seinen Bruder, der ja doch sehr loyal, zumindest gegenüber der Königsfamilie erscheint, zu sagen, guck, was Aegon für einer ist, der sich hier, der immer wieder hier einkehrt und der die Ruhr, Gewalt und das alles hier genießt, was hier vor sich gibt, äh, was hier vor sich geht und ihn quasi, um in seinem Bruder da auch so die Gedanken zu sehen, ist es wirklich, ist er der gerechte Herrscher, sollte er wirklich das Erbe antreten? Und da gesellt sich dann auch die junge Frau, die wir gesehen haben, zu den beiden? Oder kommt es später? Es kommt erst später. Äh, hier ist auch eine Parallelmontage ein Stück weit, äh, äh, parallel dazu wird, also, ähm, so der, der Wettlauf zwischen Aemond und Christon und den beiden Brüdern wird ja, äh, hauptsächlich erzählt in der ersten Hälfte und zum anderen aber auch wie dieser Lord, äh, Krasswell, der gerade noch, äh, niedergekniet ist, wie der wirklich abhauen will mit dem Pferd. Auch noch herrscht. Das kann man jetzt, da geht es ziemlich schnell hin und her und ich hatte auch das Gefühl, dass durch diesen Umschnitt teilweise was Paranoides entsteht, weil sich dieser Lord, Isway auch so mal umdreht und schaut und dann wird schnell wieder zurückgeschnitten und dann wird ihr wieder zu ihm, äh, geschnitten und das, das fand ich, das war sehr effektiv da, die Kombination dieser Szenen. Ja, das hat wirklich was von einem Thriller, ne? Irgendwie so ein bisschen, also auch wie so, also der, der Spannungsaufbau, wie das so parallel erklärt wird und auch wie, ja, wie beiläufig dann auch dieser, dieser, äh, dieser Grasshole so plotternd aufgelöst wird. Ähm, aber Aemond, wie gesagt, äh, sehen wir da ja auch noch durch die Gassen laufen, der mit Kraut über seinen Bruder spricht und, wie nennt man das? Also er ist ja schon ein bisschen, kann man's eifersüchtig nennen, auf seinen Bruder, der das da alles bekommt, der, der, derjenige, der nie Interesse am Thron hatte und, äh, jetzt drauf sitzen soll. Genau, der auch kein Geheimnis daraus macht und er derjenige ist, der das Kämpfen lernt, der die Geschichtsbücher liest und so weiter und er ist derjenige, der letztendlich leer ausgeht. Vielleicht auch eine Parallele zu Viserys und Daemon, wo ja Viserys auch derjenige war, der vielleicht nicht der geeignetste Herrscher war und Daemon da die Ambition hatte, aber es letztendlich auch nicht geworden ist. Ähm, und da spiegelt sich auch Helenas Spruch nochmal wieder. Und die beiden Brüder in dem, ich weiß gar nicht, wird's gesagt, wie das richtig heißt, wo die sind, in Flohloch, ne? Zumindest. Es ist sehr wahrscheinlich in Flohloch. Irgendwo wird gesagt, dass es Flohloch ist. Ja, und da sprechen die dann über Aegon und eben, ob er für das Erbe geeignet ist und es kommt die junge Frau hinzu, auch eine Frau, die Miseria sehr gut kennt und die Informationen zustecken kann, wo Aegon sich befindet. Also den Ort möchte sie, kann sie gegen eine Gebühr mitteilen, aber sie möchte dafür dann doch mit der Hand des Königs, also mit Otto sprechen und natürlich können wir da auch schon erahnen, wer dahinter steckt und hier seinen Einfluss ausbauen möchte beziehungsweise sich auch mal wirklich zu erkennen geben möchte, nämlich Miseria. Ja, auch fast schon ein bisschen so ein importiertes Agentenfilm-Klischee hier, weil Miseria wird ja erstmal nur unter Weißer Wurm genannt, ne? Ja. Codename Weißer Wurm. Ja. Ja und daneben haben wir dann eben diese Szene, wie Lord Crasswell, also wie der erst mit dem Pferd aus dem Tor abhauen will, da ist auch, ich nehme an, er hat da irgendwie auch Wachen bestochen, dass sie ihm das Tor da öffnen, aber dann kommen andere, ziehen ihn vom Pferd und dann wird er irgendwie, ich glaube, er wird vor Otto geschleift und Laris klärt dann Otto darüber auf, was der vorhatte, also der wollte fliehen und möglicherweise die Prinzessin warnen und ja, also Otto weiß auch nicht so wirklich, glaube ich, wie er mit Laris umgehen soll. Eben, deswegen, also für mich wirkt, also ich kann es aus Sicht von Otto, ich würde mir eine Position von Otto und so rigoros, wie er hier vorgeht, würde ich mir jegliche so zwielichtige Gestalten oder so Steine, wo ich mir nicht sicher bin, wie sie letztendlich stehen und Laris ist so, na, bei dem kann es auch kippen oder der hat das Potenzial, da auch richtig scheiße zu veranstalten, dass er ihn jetzt wirklich so und ich meine gut, bedankt sich ja auch quasi für diese Tat und vielleicht ist es auch jetzt nochmal eine Bestätigung, dass er ihn doch auf der richtigen Seite weiß, aber es ist so, also Lord Laris ist für mich so ein total unsicheres Blatt. Ja, also Lord Laris sichert ja zu, dass er nichts für Rhaenyra übrig hat und dass er dann eigentlich auch zur Königin steht und er, also er hat ja so gesehen ja eigentlich gerade einen Verräter abgeliefert. Ja, ja, sicherlich fördert das das Vertrauen, aber wie gesagt, vorher, er benutzt das, er benutzt das irgendwo auch, um sich das Vertrauen von Otto Hightower zu erschleichen und Otto Hightower macht dann ja auch wirklich kurz einen Prozess, der sagt dann ja, ja, wohin wollte der, ja, führt ihn vor den Richter des Königs, ne, ich nehme an, das ist dann so, dass hier bei Joffrey gab es doch immer The King's Justice, hier, Sir Ilan Payne, der unter anderem Zungen rausgeschnitten hat und sowas, der ist das dann wahrscheinlich der königliche Henker, ne. Ähm, aber Otto hat Laris trotzdem im Auge, weil ihm ist aufgefallen, dass er sehr, sehr, sehr viel Zeit mit seiner Tochter verbringt, ne. Ja, und auch da, dass bei ihm da nicht, ne, weiß ich nicht, dass die Alarmglocken da nicht stärker äh, läuten, aber es ist, man, also man, man darf ja nicht vergessen, es wird ja in der Folge hier noch, äh, genauer aufgezeigt, was für eine, was für eine, in Anführungsstrichen, Beziehung Alicent und Laris, äh, miteinander führen, ne, also irgendwo, ne, äh, eigentlich ist das eine Symbiose, so ein bisschen, ne, aber, da kommen wir ja später zu, das ist auch, äh, mit die unangenehmste Szene der, aber Alicent hast du jetzt auch schon angesprochen und man sieht sie jetzt wirklich trauern, ähnlich zur Szene, die wir letzte Folge hatten, wo Lord, jetzt hab ich seinen Namen schon vergessen, der Valerian da, der im Thronsaal seinen Kopf verloren hat und der dann, und den Wayman, genau, der von den schweigenden Schwestern dann verhüllt wird und Reynes ist anwesend und steht daneben, so ist es jetzt Alicent, die anwesend ist, während die schweigenden Schwestern Viserys nochmal einhüllen und Alicent dann noch die Krone auf den Leichnam legt und weint und, also, sehr schön gespielt und, wie ich finde, auch sehr glaubhaft gespielt von ihr, eine schöne kleine Szene, ohne viel Worte zu verlieren, aber nochmal eine Szene für Alicent. Da kann man aber dann jetzt auch wirklich sagen, äh, weil man ja immer so ein bisschen am Schwanken war, ob die jetzt irgendwie, auch, sag ich mal, also heutzutage wäre es irgendwie für die Kameras, sag ich jetzt mal, ne, dass sie irgendwie, äh, zur Schau trägt, dass sie, dass sie jetzt irgendwie um ihn trauert oder nicht, aber sie ist da ja komplett allein in diesem Raum, legt dann die Krone dahin und wirkt wirklich richtig betroffen, betroffen, also auch Viserys da so liegen zu sehen, wie er eigentlich schon ein, äh, einbandagiert wird, eigentlich fast wie eine Mumie und, ähm, da kann ich auch was, äh, kurz, äh, aus der Vorlage ergänzen. Ähm, es ist nämlich so, dass sie, äh, in der Vorlage befiehlt sie nämlich eigentlich, dass die Krone von Viserys, dass sie weggeschlossen wird und der Haushofmeister, dem sie das aufträgt, der verrät sie aber, äh, und haut mit mehreren Bediensteten ab und, äh, äh, übergibt die dann Rhaenyra. Hier wird dann aber, wie wir dann ja später sehen, also die, die ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, oder? Dass, dass Aegon nicht dieselbe Krone, äh, auf den Kopf bekommt wie Viserys, ne? Hm. Ja, äh, du, äh, wie, wie, gefällt dir denn jetzt dieser, diese Figur rund um Alicent und so, ist das für dich glaubhaft? Oder, also ich glaube, es gab durchaus Momente, auch in den letzten Folgen, wo sie Viserys gehasst hat. Also ich glaube auch, also es gab auch Szenen, auch diese in Folge 4, ich erinnere an die, äh, unrühmlichen Nächte, die beide zusammengebracht haben. Und es gab, glaube ich, wirklich, äh, Sachen, wo sie ihn nicht ausstehen konnte, aber über die lange Zeit von fast 20 Jahren zusammen gab es sicherlich, ist sicherlich auch irgendwo eine Verbindung. Auch dadurch, dass sie ja ihm vorgelesen oder was auch immer hatte, äh, ist natürlich auch irgendwie die Beziehung. Also wie allgemein auch vielleicht durch die Folge hinweg, Alicent als Figur, als Charakter, ist sie jetzt als starke Gegenseite, Gegenseite, als nachvollziehbare Gegenseite zu Ranura und Co. installiert für dich? Ja, muss ich da leider sagen. ähm, ich, 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 sind ja, wie du schon gesagt hast, so viele auch negative Sachen passiert, dass ich tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen blöd, das ist nicht meine Alicent, die ich jetzt in dieser Folge gesehen habe. Oh! Also ich will, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich es nicht ihr abkaufe, dass sie trauert. Ich glaube tatsächlich, dass sie auch wirklich trauert, aber irgendwie passt das für mich nicht ganz zusammen, was vielleicht auch einfach das Problem ist, wenn du halt eine Staffel hast, wo gefühlt, äh, so viele Zeitsprünge teilweise, oder so krasse Zeitsprünge drin sind. Ich meine, wir hatten ja einmal zehn Jahre, ne, und da passiert halt viel. Und diese, ich glaube, es hätte mir ein bisschen geholfen, wenn ein paar Leerstellen weniger da gewesen wären. Wenn mir ein bisschen mehr, sag ich mal, gesagt oder zumindest gezeigt worden wäre, von mir aus auch in der ganz klassischen Montage, dass da eben auch noch Sachen passiert sind, die jetzt auch positiv waren, weil für mich diese Szene sehr stark war mit dem Auge, wo es halt im Thronsaal dann zur Konfrontation kommt, und wo ich mir dann schon dachte, eigentlich sind beide Mütter gerade richtig scheiße. Eigentlich ist ja jeder scheiße. Und das macht ja auch Game of Thrones aus, dass sie sich halt trauen, auch mal zu diese, nicht auf Heldenmut zu gehen, sondern auch mal zu sagen, gerade sind hier wirklich alle Figuren egoistisch, scheiße und fast schon ein bisschen bösartig. Und diese Alicent jetzt in der Folge, nee, also ich bleib dabei, das ist nicht meine Alicent. Was man da natürlich aber mit einbeziehen muss, also du hast ja gerade schon den Zeitsprung angesprochen, das sind ja immerhin sechs Jahre gewesen. Was man ja auch gemerkt hat, also die fühlt sich hier, die Nummer mit dem Auge und auch sagt, dass sie Rhaenyra da verletzt hat mit dem Dolch, das lastet irgendwo auf ihr. Und deshalb flüchtet die sich dann auch in den Folgejahren wahrscheinlich auch so in die Religion. Da sucht sie, also das haben die Macher tatsächlich auch im Making-of gesagt, die sucht da irgendwo auch Absolution für ihre Schandraten. Ja, aber das kommt für mich nicht klar genug raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kam für mich überhaupt nicht klar genug raus, dass die jetzt irgendwie in der Religion irgendwie verhaftet ist. Klar, ein bisschen mehr als früher, Aber doch, schon ziemlich, das ist schon sehr überkandidelt bei dir. Ja, aber in letzter Folge kam das ganz gut durch. Hier hatte ich jetzt auch nicht so groß das Gefühl. Ich verstehe Stu auf jeden Fall. Also ich hatte nämlich auch so viele präsente Szenen auch, wo sie auch nicht gut auf Viserys oder wo Viserys für sie ja wirklich eine Last war. Ja, also es kommt mir halt so vor, dass diese Alicent halt wirklich sehr abrupt springt von Xena Warrior Princess hin zu Polly Pocket. Und das weiß ich nicht, das gefällt mir nicht so. Sie brauchen halt, glaube ich, dann doch irgendwo den Gegenpart zu Rhaenyra, weil Rhaenyra war bis jetzt schon, beziehungsweise die Figuren, die Rhaenyra um sich geschart hat oder Daemon und so weiter, die sind ja schon, das hatte ich ja schon gesagt, zumindest was ich auch mitbekomme, Publikumslieblinge, jetzt mal abgesehen von dem, was ich, wie ich den Eindruck habe. Also bei mir ist halt so, ich brauche aber auch nicht zwingend so eine Sympathiefigur, sage ich mal. Ich finde das auch ganz interessant, mir das einfach so anzugucken, wenn sich halt einfach ein paar Drecksäcke so hintenrum den Dolch reinjagen. Ich glaube aber, dass sie das trotzdem wollen, weil sie sehen, dass sie eine, dass sie, also dass sonst ein Ungleichgewicht herrscht zwischen der einen Seite und der anderen Seite. Und man natürlich irgendwie mit beiden mitfiebern oder was weiß ich. Also ich gehe auch damit mit, dass das nicht notwendig sein muss oder nicht notwendig ist. Aber ich glaube einfach, dass sie es irgendwie brauchen. Und wie gesagt, wir werden ja jetzt in der Black Queen dann wahrscheinlich die Gegenseite sehen. Und dann, ja, können wir ja im Staffel-Recap vielleicht nochmal drüber reden, wie das aussieht. Wo ich übrigens sagen muss, ich habe jetzt mehr durch Zufall den Teaser, Trailer zur finalen Folge jetzt gesehen. Und ich muss sagen, das sah recht gut aus. Ich glaube tatsächlich, dass ich die letzte Folge sehr schnell gucken werde. Das sah interessant. Ja, wir können auch gerne nochmal reden. Unser lieber Gast Torben ist nämlich, glaube ich, nächste Woche noch im Urlaub. Vielleicht klappt es ja dann nochmal. Aber das klären wir hinter den... Nicht um meine große Fresse. Das klären wir aber hinter den Kulissen. Wir sind schon wieder sehr gut in der Zeit. Ja. Und ich würde deswegen mal zu einer meiner kleinen Lieblings-Szenen gehen. Eine Szene mit Reynes und Alicent. Reynes, die immer noch eingesperrt ist. Ich weiß nicht, wie lang inzwischen. Und jedenfalls kommt Alicent zu ihr. Und Reynes ist auch erst... Ach so, so nach dem Motto hier. Ich hoffe, ihr habt einen guten Grund, warum ich heute so behandelt wurde. Und Alicent fragt dann um die Unterstützung von Reynes. Ja, man muss ja sagen, sie erfährt ja jetzt erstmal hier überhaupt von Viserys Tod. Und kann sich dann aber dann auch herleiten, sie sagt dann ja wirklich direkt auf den Kopf zu, ah ja, ihr usurpiert jetzt gegen den Thron. Oder ihr usurpiert den Thron. Und Alicent, habe ich das Gefühl, weiß natürlich, wie sie mit Reynes sprechen muss. Indem sie nämlich auch von der Seite kommt, ihr müsstet auf dem Thron sitzen. Oder wir alle wissen, dass ihr diejenige seid, die den Thron innehaben hätte müssen. Und wir, beziehungsweise jetzt nochmal auf die Frauen, wir herrschen nicht, aber wir lenken die Herrscher, so sinngemäß. Oh, das war stark, ja. Ja, aber ich finde es auch schön, wie Reynes das dann hier wieder aufnimmt und dann es schafft, wieder den Spieß umzudrehen. Wie sie es auch schon mit Rhaenyra letzte Folge gemacht hat. Und indem sie dann auch Alicent anspricht, dass sie sich immer noch in den Dienst der Männer stellt, die sie umgeben. Ja, Alicent möchte nämlich, also der Grund, warum sie Reynes auf ihrer Seite wissen möchte, ist, dass sie glaubt, dass wenn die Drachenstärke von Reynes quasi noch fehlt, dass Rhaenyra eher vielleicht zum Verhandeln bereit ist. Und außerdem haben ja Reynes und Rhaenyra auch seit letzter Folge ihre Enkelkinder beziehungsweise Kinder miteinander verlobt. Mhm. Und ja, also ich fand's, schöne, kleine Szene wieder zwischen den beiden. Und ich mag Reynes einfach. Ja, da kommt auch, hier kommt aber auch nochmal bei Alicent durch, also als sie dann zu Reynes sagt, von wegen, ja, ihr hätt Königin sein sollen. Und Viserys hätte dann stattdessen was gemacht, was ihm besser getan hätte. Er hätte irgendwie ein Landleben geführt, er wäre auf die Jagd gegangen, er hätte Geschichte studiert. Also da merkt man wirklich, die hätte ihm das irgendwie gegönnt, dass er eventuell auch noch ein bisschen länger gelebt hätte. Sie sagt ja wirklich diesen Satz von wegen, wir herrschen nicht selbst, aber wir lenken die Männer, die es tun. Und wir wollen sie jetzt weg von der Gewalt und zum Frieden hinlenken. Da kommt halt auch wieder durch, dass Alicent sich immer wieder so ein Mantel der Rechtschaffenheit auch irgendwo umwirft. Aber letztendlich ist es halt auch nur ihre Illusion. Sie denkt das, sie glaubt das, was Reynes ihr dann halt ... Ja, selbst täuschen. Genau, was Reynes ihr dann halt auch unterbreitet. Und Alicent dann auch ja so ein bisschen auf die Füße getreten fühlt und sagt einfach so, ja, okay, dann lass ich dich jetzt halt alleine, bis du eine Antwort hast. Ja, vor allem, vor allem Reynes fordert sie noch richtig raus, bevor sie dann, bevor Alicent dann abzieht. Also ursprünglich ist es ja so, dass Alicent, äh, Reynes ja auch irgendwo das Scheitern von Haus Velaryon vor Augen führt. Von wegen, deine Tochter ist jetzt tot, dein Sohn ist tot und deine Erben sind nicht von deinem Blut. Und hier, ihr könnt Driftmark haben, wenn ihr wollt. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ähm, und dann, Reynes kontert richtig stark. Und dann zieht Alicent sich zurück. Die sagt nämlich dann, also, Reynes, das ist eine Szene, die hat man, glaub ich, auch im Trailer gesehen, wie die sich immer so vorbeugt und von wegen, habt ihr euch nicht euch selbst mal vorgestellt auf dem eisernen Thron? Das, ach, Mann, also, Reynes, also hier, Eve Best ist, da hast du schon recht, die ist wirklich großartig in der Rolle. Die ist wirklich richtig, richtig großartig, das muss man sagen. Mhm. Von beiden auch grandios gespielt, wie ich finde. Ja. Wir gehen nochmal nach Königsmund, wo Eamon und Kraut auch zufällig, also, das ist wirklich ein großer Zufall, dass sie in dem Moment genau dort ankommen, wo sie ein Treffen der Zwillinge, Mysaria und Otto Hightower beobachten können. Denn, äh, Mysaria ist da, der weiße Wurm, äh, hat sich jetzt zu einem Treffen mit Otto bemüht und sie lässt sich gar nicht provozieren von Otto da und verkündet gleich ihr Mitleid und, ach, ich liebe es, wenn, wenn mal was nicht nach Ottos Plan läuft, sein Gesichtsausdruck ist einfach göttlich. als er das feststellt, dass sie genau weiß, was alles passiert ist. Ja. Herrlich. Vor allem, man muss sagen, also, es ist dann, also, ich muss sagen, in der Szene habe ich es echt bedauert, dass wir nicht mehr von Sonoya Misuno gesehen haben, weil die echt, in der Szene ist die echt gut. Und es will schon was heißen gegenüber Rice-Iphans. Du fehlst dir da auch was, im Gegensatz zu dem, wo wir sie zum letzten Mal gesehen haben, nämlich in Folge 4, wo sie ja zuletzt, glaube ich, mit Damon nach Damons Nacht mit Rhaenyra mal eingeblendet war. Also, weil ihr Sprung von da zu dem, was sie jetzt ist, zu der, zu dieser Macht, die sie gut innerhalb von, ja gut, 20 Jahren eben entwickelt hat, das ist schon ein ganz schön großer Sprung. Zu deiner hier, zu Madame Meister Wurm muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Szene gesehen und habe zu keiner vergessen, dass sie in Folge 4 schon mal vorkamen, die Frau. Wirklich. Also, das war für mich wie, oh, eine neue Figur. Die kam auch schon in Folge 1 vor. Oder Folge 1, ja. Ja, aber sie ist auch, also gefühlt ist sie auch eine neue Figur. Also, ich müsste mir vielleicht jetzt noch mal in einem Rutsch die Staffel dann anschauen oder so und dann vielleicht ist dann ein besserer Faden erkennen, aber sie war auf jeden Fall noch nicht so, wie sie jetzt ist. Was ich halt interessanter fand, als ob sie jetzt schon mal da war oder nicht, war halt einfach ihre Forderung. Weil sie wirkte auf mich zuerst wirklich so wie, so die eiskalte Bitch, ja, die jetzt mal hier zeigt, wer wirklich die Dixeneier in Westeros hat. Und ich glaube auch, dass ihre Absichten nicht ganz uneinglützig sind. Aber ich finde trotzdem, gerade was wir da vorher gesehen haben mit den Kindern, ist sehr lobenswert, dass sie halt sagt, folgendes, sorgt man dafür, dass die Scheiße aufhört, dann können wir reden. Und ja, das fand ich eigentlich ganz nett. Otto will sich in Anführungszeichen drum kümmern. Ja, er gibt dir immerhin sein Wort, ne? Er ist die Hand, aber, ähm ... Wobei, ich glaube, dass der durchaus in der Lage ist, sich darum zu kümmern. Ich glaube halt einfach, es war ihm früher immer nur scheißegal. Na klar. Ja, ja, wurde ja auch gesagt, wurde ja auch geduldet. Die anderen, die Stadtwachen, so, die wurden ja bezahlt und die haben dann weggeschaut. Genau, richtig, das ist korrumpiert. Das war ja gut, vielleicht sagt er wirklich mal, dass die vielleicht da ein Auge mit drauf haben sollen. Myssaria sagt auch wirklich einen ganz interessanten Satz. Also, erst mal erzählt sie ja, dass sie dem Prinz wohl irgendwie ein Flohloch aufgegabelt hat und sich dann dachte, ah, da kann man keinem vertrauen und deshalb verstecke ich ihn lieber an einem sicheren Ort. Da war wohl irgendwie auch so ein stilles Abkommen zwischen beiden Parteien. Und dann sagt die wirklich einen sehr interessanten Satz. Also, erst mal, sie mahnt dann auch Otto Hightower, dass er nicht vergessen soll, irgendwann dann auch, wenn sein Enkel auf dem eisernen Thron sitzt, dass er nicht vergessen soll, wer damals den Prinzen versteckt hat und dass sie ihn auch leicht hätte töten können. Und dann sagt sie wirklich, einen der interessantesten Sätze der ganzen Folge, es gibt keine Macht außer der, die euch das Volk erlaubt zu ergreifen. Also, da merkt man, dass die Obrigkeit mehr Angst vor dem Volk haben sollte, als sie das glauben mag. Also, es ist irgendwo auch so ein bisschen so ein Aufbegehren. Das fand ich großartig. Ich meine, sie wird ja auch garantiert viel Einfluss haben. Das zeigt sie ja auch. Und ich kann mir da auch vorstellen. Also, es heißt ja immer so schön Brot und Spiele. Oder in dem Fall Brot und Puff. Und wenn der Puff halt zumacht und die sagt dann, ja, Puff, mach auf deinem Bett auf. Wenn der da oben stürzt, das könnte ja nicht gefährlich werden. Also, wirklich. Ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht insgeheim die eine der mächtigsten Figuren der Serie ist bislang. Möglicherweise, ja. Also, die wird ja noch für, die wird in Folge 10 auf jeden Fall noch für was verantwortet. Du, ey, was in Folge 10 schon alles passieren wird, Dom? Ja, da habe ich auch so ein bisschen meine Befürchtungen. Mal sehen. Übrigens, ich weiß schon, dass in Folge 10 Drachen vorkommen. Oha. Echt? Krass. Ja. Eine Höhle. Ich glaube ja, ich glaube ja, dass Rhaenyra vorkommt. So, das zu meinen Prognosen. Ähm, bevor wir in die... Jo, 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 jo. Wenn das mal keine heiße These ist. Also, du weißt, wie hier die Leute sterben, Paul. Was ist, wenn Rhaenyra in der nächsten Folge direkt krepiert? Die ist dann tot. Es gibt einen 5-Jahres-Zeitsprung. Krieg ist vorbei. Genau. Ja, Laris sitzt auf dem Thron. Nein, wir... Alicent ist Königin. Ja. Wir gehen jetzt erst mal noch in die Septe, ist es glaube ich, ne? Da sehen wir auch noch mal ganz präsent die Götzen der Sieben. Also, das sind eigentlich... Das sind riesige Statuen. Und in der Mitte ist dieser steinerne Tisch. Oder wo die ganz vielen tausend Kerzen drauf liegen. Und wir sehen die Brüder Eric da rumgehen. Und dann gibt's ein Geräusch. Und da war dieser Bruchteil eine Sekunde. Hä? Wie serious? Lebst du noch? Krabbelst du jetzt unter dem Ding da hervor? Und dann aber... Nein, das ist nicht... Nee, es ist nicht Viserys. Und natürlich ist es Aegon, ne? Den sie da dann förmlich rausziehen. Ey, aber ganz ehrlich, wie cool wäre das, wenn man Viserys noch leben würde? Ey, das Gesicht von Otto Hightower, das wäre zukünftig. Ja. Wie der sich da so als Skelett auf den Thron setzt. Ja. Was? Ich bin nicht tot. So. Okay. Weiter geht. Er muss doch jetzt endlich mal ins Gras gebissen haben. Ja, jedenfalls... Das ist jedenfalls der Ort, wo sie Aegon versteckt haben. Auch interessant natürlich, dass jetzt so präsent diesen Ort, der ja wirklich zu der Stätte des Glaubens geworden ist. Oder auch schon ja in den vorangegangenen Folgen. Aber ihn ausgerechnet auch da zu verstecken ist jetzt auch nicht der unauffälligste Ort tatsächlich. Aber die beiden Brüder finden... Ja, und irgendwie ein verdammt blödes Versteck. Sorry, also... Äh, ich hab auch nicht geguckt. Also, unter dem Tisch, oder unter diesem Steinsockel, oder was? Also, haben die da was davor gemacht? Ja, Feuerkreis. Ja, naja. Und jedenfalls, sie finden den und schaffen ihn dann auch direkt raus aus der Säpte. Aber da, sie warten Kraut und Aemon. Und, ja, Kraut ist natürlich wieder... Er sucht wieder ein bisschen Stress. Der möchte... Er regelt's nicht mit Worten, wie es Otto oder irgendjemand macht. Nein, er zieht sofort sein Schwert. Aegon, der löst sich da irgendwie, der rennt weg. Aemon fängt ihn dann. Boah, was ist das dann bitte für ein erbärmliches Bild allein für diese... Also, eigentlich für die gesamte Familie, für das gesamte... Also, dieses Bild, weißt du, zwei Ritter kämpfen da auf der Treppe. Jetzt auch. Ja, ja. Und während sich weiter unten, da wälzen sich die beiden, also, die beiden Brüder da im Dreck. Nun auch, also, ohne Kapuze und so. Also, man sieht's schon sehr deutlich. Das ist die Weißhaarige und auch die Augenklappe und so weiter. Und die rangeln sich da und Menschen bleiben stehen. Die schauen, was los ist. Aegon spuckt da und schlägt da um sich. Also, das ist wirklich für Außenstehende ein desaströses Bild. Ja, soll es ja auch wahrscheinlich sein. Ja, natürlich, aber natürlich nicht für... Wenn Otto dieses Bild sehen würde, würde er, glaube ich, gleich in Ohnmacht fallen. Ja, ich glaube, denen ist das den... Was ja vor allem sehr wichtig ist an der Szene und... Also, deshalb fand ich die eigentlich auch sehr gut, weil es sind ja hier zwei Brüderpaare im Kampf eigentlich miteinander. Die einen kämpfen's wirklich direkt aus mit Gewalt und die anderen eher so indirekt, weil der eine Kargel kämpft ja gegen Christon Kraut und der andere steht einfach da oben und kommt seinem Bruder auch gar nicht zur Hilfe. Also, da wirft halt auch eine Entwicklung schattend voraus, weil diese beiden Brüder werden tatsächlich gespalten durch die zwei Parteien. Ja, na gut, also, wie gesagt, das ist ja das, was sich auch in dem vorher angedeutet hat, wo er ihn dorthin geführt hat und man gemeint, hier, guck dich um, das ist Aegon. So lebt Aegon. Und Aegon brüllt hier auch noch um sich und sagt auch, I have not wished to rule und so weiter und das ja auch nicht leise. Also, es haben sicherlich Leute gehört, die da drumherum standen, während Aegon ihn da ... Der ist ja auch nicht gerade der Hellste. Nee, aber während Aegon ihn da, ja, festhält, damit er nicht wegrennt und ihn ja auch irgendwie rückmachen möchte und Aegon ja eigentlich, also, ich glaub, aus Aegons Sicht wäre es vollkommen okay, wenn Aegon einfach auf den Drohnen gehen würde, weil er sagt, also, er hat ja wirklich so gar kein Interesse daran. Aber bevor da irgendwas zwischen den beiden Brüdern so richtig passieren kann, ist Kraut zur Stelle und will Aegon zu Elisant bringen. Ja, also, bevor Kristen Cole dazukommt, also, angenommen, der wäre nicht dabei gewesen, weil Aegon macht ja dann sogar seinem Bruder das Angebot von wegen, ja, komm, lass mich gehen, ich such mir ein Schiff und du siehst mich nie wieder und ich hab eh keinen Bock auf den Thron. Wer weiß, wenn Kristen Cole nicht dabei gewesen wäre, dann hätte sich das eventuell anders entwickelt. Ja, schön, da ist er wieder. Aber glaubt ihr ehrlich, aber ganz ehrlich, das ist ja auch ein Teil dieser Vorschlag, ich such mir ein Schiff und segel davon, ich meine, der ist doch so sein Luxusleben gewöhnt. Glaubt ihr denn wirklich, dass er dann außerhalb seiner Familie dann immer noch so leben kann wie so? Ich glaub, er lebt ja, der würde auch dann die ganze Zeit in Flohle, auch wenn er da den ganzen Tag sein Bespaßungsprogramm hat. Außerdem ist der, wie gesagt, noch mal, der ist nicht der hellste. Und betrunken. Der lebt in den Tag rein, der denkt nicht über sowas nach. Ich glaub, tatsächlich, dann wäre das ein sehr gutes Tag-Team mit Prinz Krautsalat. Ja. Oder Lord Krautsalat, so als die zwei Super-Dummies, das wär doch lustig. Ja, das... Und jetzt, wo er König ist, ja super, oh, da kommt einiges Gutes auf uns zu, glaub ich. Kommen die Gute. Ja, 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 ja. Bevor es dazu kommt, sehen wir Otto, wie er Briefe verschickt. Hm. Mhm. Mit Wachstum, irgendwie, glaub ich. Wohin? Hm. Weiß, was er wieder... Ja, wahrscheinlich nach Riverrun oder hier zu den Baratheons nach Sturmkopf wahrscheinlich auch, ne? Ja. Er hat auch seine Bestellung losgeschickt und vielleicht möchte... Er ist Prime-Kunde. Genau, der lässt sich jetzt... Er lässt sich jetzt so einen Tisch wie einen Drachenstein liefern. Gut, nein, aber Alicent stößt zu ihr und das Erste, was Otto zu ihr sagt, ist well played. Und Alicent aber auch eben da wirklich für gekennzeichnet, nichts hiervon ist ein Spiel. Und ich weiß nicht, wie ihr den Dialog jetzt gesehen habt. Also erst mal sagt Alicent, ja, es war nie ein Spiel, bla bla bla. Obwohl sieht das Wording, beziehungsweise das Wording ging eigentlich immer von Otto aus, aber das haben sie ja die ganze Zeit schon aufgebaut. Und ich hatte das so Gefühl, also auch von diesem Satz well played, Otto ist so ein bisschen stolz, aber gleichzeitig macht er sich auch so die Sorgen eben um die Risse, die sich da auftun in ihrer Vater-Tochter-Beziehung. Ich hatte den Eindruck, dass hier ein ganz starker Recall ist zur allerersten Folge, wo er nämlich auch da sitzt und Briefe schreibt und dann zu seiner Tochter sagt, ach ja, zieh doch mal das Kleid an da hier von deiner Mutter. Und die Szene wird nämlich damit aufgelöst, dass er sagt, dass sie der im Licht irgendwie so ähnlich sieht. Und also da habe ich eine gewisse Ähnlichkeit gesehen. Und sie streiten ja vor allem dann darum, weil Otto meint dann ja wirklich, naja, also es geht jetzt hier um die Stabilität des Reiches. Und was ist denn so schlimm daran, wenn jetzt wenige sterben, um viele zu schützen? Und für sie ist das dann einfach nur eiskalter Mord. Und sie erkennt dann auch, also das fand ich auch einen sehr interessanten Satz, wo sie dann irgendwie meint, ja, ich war eigentlich nur deine Spielfigur und ich habe immer nur das gewollt, was du mir aufgedrängt hast. Ja, sie sagt, sie sagt das, was wir seit Recap 1 hier besprochen haben. Nämlich genau das, dass sie ein Spielstein die ganze Zeit war. Und jetzt spricht sie. Ja, ich meine, der hat sie prostituiert. Und da wird auch sicherlich, da dieser Gedanke nicht zuletzt auch nochmal durch Reynes angestoßen worden sein. Wahrscheinlich. Aber sie sieht sich ja in der, also ich meine, als er zu ihr meint, well played, ist es ja eindeutig, dass er mitbekommen hat, dass die auch ihre beiden Bluthunde da losgeschickt hat. Und, äh. Also jeder, auch zwischen denen, auch Kraut wusste ja, dass Otto das losschickt, obwohl es eigentlich auch im Verborgenen geschehen sollte. Also, ja, die wissen schon voneinander so ganz gut Bescheid. Die brauchen Laris oder so da nicht. Aber sie hat ja trotzdem, also sie sitzt ja jetzt hier wirklich am längeren Hebel. Sie sagt dann ja, sie hat Aegon und sie wird Raben nach Dragonstone schicken zu Rhaenyra mit, mit Bedingungen, so, so, so nach dem Motto und dem Angebot, was sie unmöglich ablehnen kann. Ähm. Ja, und dass sie aber auch ohne Scham annehmen kann, sagt sie, glaube ich. Genau, also ohne, ohne Gesicht zu verlieren, ja. Und Otto meint dann aber, wenn sie lebt und zurück nach Drachenstein kommt, dann werden sich die, 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 äh, oder hierhin zurückkommt, dann werden sich ihre Verbündeten unter ihrem Banner versammeln. Und deshalb meint dann Alicent ja, deshalb darf sie auch nicht zurückkehren, und, äh, äh, dann teilt sie ihm noch Folgendes mit, ja, hier, Kristen Cole, der wird dann jetzt für seine tolle Heldentat da, dass er irgendwie mitten, mitten in der Stadt, äh, äh, einen Schwertkampf angefangen hat, der auch noch ziemlich unfair war, äh, wird er zum Lordkommandant der Königsgarde ernannt und Aegon soll bei Sonnenaufgang gesalbt werden, also gekrönt werden und das, äh, die Krönung, die soll jeden Zweifel im Keime ersticken. Das ist, das ist der Plan. Genau, sie soll, sie soll dem Wirbel da jetzt mal ein Ende machen und jetzt ist es sie, jetzt hat sie so auch, sich, kann sie auf die Tube drücken und letztendlich dasselbe mit Aegon machen, was ihr Vater mit ihr gemacht hat. Jetzt macht, sie soll Aegon das machen, was sie möchte. Ja, obwohl, ich finde es interessant, dann jetzt in der Szene mit Larys, äh, äh, also hatte ich ja gerade gesagt, ihr Vater hat sie ja prostituiert, ähm, äh, äh, als sie, als sie noch irgendwie, äh, Viserys bezirzt hat und wahrscheinlich auch schon Jaehaerys, das wurde ihr nämlich auch schon gesagt, dass sie den wohl auch nicht nur krank, äh, gepflegt hat. Ja, die hat ihm vorgelesen. Ja, sie hat ihm vorgelesen, wie in der Vorleser mit Kate Winslet. Ähm, und, äh, äh, da ist mir dann aber jetzt irgendwie auch so, so der Gedanke gekommen hier mit Lord Larys, dass sie sich da im Grunde jetzt eigentlich selber prostituiert irgendwo, ne? Also wegen Larys oder was? Genau. Also sie, sie hat ja, sie, sie erfüllt ja seine Bedürfnisse und bekommt dafür Informationen. Und das scheint ihr auch sehr unangenehm zu sein. Man muss auch sagen, das ist eine sehr unangenehme Szene, weil Lord Larys ist erstens ein komischer Fatzke und zweitens, dass er jetzt auch noch so einen kruden Fußfetisch hat. Ja, dass man ihm das, also dass man ihm das jetzt noch andichten muss, das fand ich ehrlich gesagt too much, das. Och, wieso? Jetzt ist es, jetzt ist er, jetzt ist er nicht nur, also er war ja creepy. Ja. Schon, und er hatte ja immer, wie du es schon gesagt hast, er war schon immer so ein sehr seltsamer Typ. Ich hab nicht verstanden, warum das jetzt sein musste, warum man das jetzt so einer Figur noch andichten muss. Also ich fand's jetzt nicht irgendwie fehlplatziert. Man muss ja auch bedenken, der ist ja, der ist ja der Klumpfuß. Der ist ja, der ist ja so geboren. Und der hat wahrscheinlich auch festgestellt, dass er, weil, wenn er jetzt nicht zu ihr gehen würde und sie dieses, dieses Verhältnis zueinander hätten, naja, dann wird er halt irgendwie in ein Freudenhaus gehen und sich an den Füßen von irgendwie Prostituierten aufgeilen. Und hier, dass er es eben dann nicht dort macht, sondern bei Alicent, dadurch ist er ja auch letzten Endes immer an der Quelle der Macht. Also ich fand das, ich weiß nicht, Stu, kam das jetzt für dich so random, dass der einen Fußfetisch hat? Ja, da bin ich ehrlich gesagt voll bei Paul. Also ich find eh die Figur nicht so toll, muss ich sagen. Und die Szene fand ich jetzt auch. Also diesen Fußfetisch, why? ganz ehrlich. Also der sieht halt schon aus wie der Peter Baelish dieser Serie, um es immer ganz klar zu sagen. Ich mein, der erste Auftritt von dem in der Serie, du weißt sofort, okay, der ist halt so dieser, ja, der Peter Baelish, der Littelfinger in der Serie. Und ich, wie gesagt, die Figur bislang, sie ist wahrscheinlich wichtig, aber für mich persönlich ist der aktuell total interessant und langweilig. Ja, und es steckt halt auch wieder diesen, diesen Fetisch dann wieder so, guck mal, das ist so ein totaler Creep und dann hier, also, ich meine, ich habe gehört, dass Fußfetisch keine Creeps sind, meine ich. Also ich finde, ach, keine Ahnung, also hat mir auch nicht, also wie gesagt, die Figur von Lars gefällt mir auch eigentlich nicht. Ja, aber was, was er ihr jetzt sagt beziehungsweise vorschlägt, ist natürlich wichtig, denn hier kommt ja zur Sprache, dass dieses Spinnennetz, was sich eben durch den Bergfried zieht, von, also von dem er weiß, von dem er aber auch nicht so genau weiß, beziehungsweise er behält es so irgendwie viele, unter wen es jetzt genau betrifft. Von dem Otto vor allem weiß, aber nichts dagegen unternimmt, meint er dann. Ja, genau. Und sich, er selbst ja aber auch irgendwie ein bisschen von vielleicht profitiert oder ein bisschen davon zehrt, ich weiß es nicht. Jedenfalls schlägt er vor, eben den weißen Wurm zu töten, um das Netz zu zerstören, die Königin zu, zu töten, damit die Schergen da dann planlos quasi sind und nicht mehr, nichts mehr haben und bietet quasi an, dass er sich ja kümmern könnte. Vor allem teilt er noch mit, dass eine Spionen oder Teil des Netzes ist ihre Zofetalia, ne? Ach ja, richtig, genau. Das sagt er auch. Aber ja, er könnte sich drum kümmern und ja, das sehen wir dann auch noch. Er bietet, er bietet einmal mehr seine Dienste an und ja, die haben irgendwie so ein stilles Abkommen miteinander und dann geilt er sich an ihren Pillefüßen auf. Ich fand die Szene ehrlich gesagt ziemlich unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Ja, so würde sie glaube ich auch sein. Ihr Gesichtsausdruck dabei, wie sie sich dann eigentlich so abwendet und dann irgendwie, das ist eine McReview-Szene. Wie sie ja auch die Informationen dann eben so erst bekommt, wenn sie das macht. In der Parallelmontage, die daraufhin folgt, sehen wir dann so die Mainplayers nochmal, die des Nachts nicht so richtig schlafen können und wach sitzen. Wir sehen da auch schon, also wir sehen da ganz viele Sachen. Wir sehen vor allen Dingen dann, wie einer der Eryks Rain ist befreit. Ja. Und sie fortführt durch die Gänge wieder durch Königsmund auch wieder vorbei an Baelors Schädel. Und dabei hängt in der Feste selber hängt Lord Croswell irgendwie von der, weiß ich nicht, der ist auf jeden Fall aufgehängt, ne? Da kommen sie dann dran vorbei. Ja, wie ein, wie ein Mahnmal. Also jeder, der dort reingeht, wird schon sehen, ah, okay, was passiert. Ja, das ist schon krass, also das dann dort für jeden, wer wirklich als Mahnung aufgehängt guckt, was passiert. Obwohl sich's schon jeder ja so denken könnte, aber so ein Bild ist natürlich nochmal eindringlicher wahrscheinlich. Und, ähm, wir sehen auch einen nächtlichen Schott von Königsmund und wir sehen, dass ein Feuer ausgebrochen ist dort in dem Haus, wo wir letzte Folge auch Talia und Mysaria haben reden sehen. Genau. Das ist ja dann wahrscheinlich irgendwie das Freudenhaus von Mysaria. Ja. Aber es bleibt natürlich im Dunkeln, was genau dort passiert ist, wer genau darunter gelitten hat, wer darunter, also, ich nehm mal nicht an, dass es Mysaria ist, weil über ihre Rolle haben wir jetzt schon so ein bisschen geredet. Ich weiß nicht, ob Talia vielleicht damit war und wir vielleicht in der nächsten Folge, ach so, na gut, ne, dann wahrscheinlich erst nächste Staffel, aber wie effektiv der Brand jetzt war, das erfahren wir in dieser Folge noch. Ne, das, ja gut, das ist auch, es ist halt wieder so ein bisschen so eine Randnotiz, ne. Wenn er das anbietet und dann letztendlich nicht diesen Spinnenkopf tötet, dann ist das ja, dann ist ja sein Plan, dann frage ich mich, why? Ja, aber er hat ja, er hat ja den Spinnenkopf damit getötet oder auf jeden Fall, das war, das war, also wir wissen ja nicht, wir sehen ja Mysaria dann ja nicht mehr, die kann ja tot sein, keine Ahnung. Ähm. Ach so, ich dachte, war sie nicht eine, die noch eine wichtige Rolle in der Film spielen sollte? Genau, hast du doch gerade eben gesagt. Wir hören dir zu, Dominik. Ja, gut, aber ja, ich weiß ja nicht, vielleicht geht die Serie ja einen anderen Weg. Keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein, wir werden es sehen, aber ich glaube es ehrlich gesagt, fände ich, fände ich jetzt wieder schwach, ihn hat, dann wieder so ein bisschen aufzubauen und dann jetzt hier zu verabschieden, aber ja. Ich wollte eigentlich noch auf diese Montage zu sprechen kommen, die du erwähnt hattest, zwischen, äh, die irgendwie so, also als ob das eigentlich so fast in einem Raum wäre, dann so Otto, Eamon und Alicent so hintereinander schneidet. Du meintest ja schon, die finden dann wahrscheinlich dann nachts keinen Schlaf. Kannst du ja wirklich so überlegen, jede Figur so für sich, ne? Also Otto von wegen, morgen ist die große Krönung. Eamon überlegt sich, ich will eigentlich auf dem Thron sitzen und Alicent ist so irgendwie so zwischen beiden Polen wahrscheinlich, ne? Ja, und noch viele andere Sachen wahrscheinlich. Fand ich, fand ich sehr stark, die Szene. Das war, also das blendet ja so ineinander über, ne? Ja, ja, genau. Und dann eben als nächstes zu Reynus, die da befreit wird und eigentlich noch zu ihrem Drachen möchte, aber Erik rät davon ab, weil da in die Drachengrube würden sie sie eh nicht reinlassen. Und dann irrern die dir aber durch die Gassen und es wird auch schon hell und die Morgenstunden brechen schon los und plötzlich ist auch viel los in Königsmund, denn die Menschen, die AnwohnerInnen, die werden förmlich zusammengetrieben, um der großen Krönung beizuwohnen. Und ja, in diesem Getümmel, da verlieren sich Reynus und Erik wieder und Reynus, die ja dann Kapuze dringt, die wird quasi mitgeschoben zu dieser riesigen Halle. Ja, und zu der, also es wird ja dann kurz mal irgendwie gezeigt, wie die Krönung so langsam vorbereitet wird, ne? Und unter anderem wir dann auch die Krone sehen und das ist dann ja, wie wir dann später hören, es ist, also das sieht man ja auch deutlich, das ist nicht die von Viserys, sondern es ist tatsächlich die Krone von Aegon, dem Eroberer, die so über Generationen hinweg weitergegeben wurde und dann sieht man ja, glaube ich, man hat, bevor dann die Krönung da beginnt, hier Alicent und Aegon sind dann, fahren dann in der Kutsche dorthin und Es soll wenigstens einen dankbaren Eindruck machen, sagt Alicent zu ihm. Genau, richtig, weil alles, was sie die letzten 20 Jahre getrieben haben, war eigentlich nur dafür und, und Aegon stellt dann aber sogar selber in Frage, also Viserys wollte das doch nie im Leben, dass, dass ich auf dem Proben sitze. Er hat jetzt irgendwie 20 Jahre an Rhaenyra festgehalten und hätte mich schon länger, schon lange zum Erben machen können, aber hat er nie, weil er mich nie wirklich mochte. Es waren natürlich auch so die Kinder von der zweiten Frau, ne, für, für Viserys und, ja, gut, Rhaenyra war ja noch von Elma und war ja auch das einzige Kind und, und, also er, er stellt wirklich offen in Frage, ob seine Mutter da die Wahrheit sagt, dass das jetzt die letzten Worte von ihm gewesen seien, dass, dass er eben regieren soll und zwischen sich haben sie dann, äh, den, den Dolch. Der verhängnisvolle Dolch geht dann, ausgerechnet, in seine Hände, quasi. Ja, von, vom falschen Aegon, ne? Ja. Beziehungsweise von dem Aegon, der überhaupt nicht gemeint war und, äh, die haben ja, also das ist auch, äh, stark in der Szene, die, die haben halt überhaupt keinen Bezug dazu. Das ist für die einfach nur irgendein Dolch. Das ist ein Dolch. Und, und, ich meine, ja gut, das hier, also für die Targaryen hat das ja nun mal eine gewaltige Bedeutung. Alison schärft dann ihrem Sohn aber noch ein, äh, äh, Otto wird dir als deine Hand, wird er dir dazu raten, Rhaenyra hinzurichten. Und, das soll er konsequent zurückweisen. Und, äh, mit Zurückweisung kennt er sich aus, weil er ist halt, er hat halt sein Leben wohl das Gefühl gehabt, dass er ein ungeliebtes Kind ist. Und, als er dann so seine Mutter fragt, ja liebst du mich, sagt die irgendwie, ja, weiß ich nicht, du Blödkopf oder irgendwie sowas. Das war auch ein bisschen, naja. Ja. Also die ganze Zeremonie, die ist ja schon sehr erzwungen und ja auch wirklich in der Nacht- und Nebelaktion entstanden, weil es ja auch zugleich die große Verkündung ist, dass, äh, Viserys gestorben ist und dann gleichzeitig, wie, wie sagt's Otto, als er da seine Rede hält, wo er, er steht auch ganz vorne, ne, als ob du da in der letzten Reihe was verstehst. Aber wie er dort erzählt, das ist der traurigste Tag, aber auch zugleich der glücklichste Tag. Ja, ja. Denn wir haben sowohl den König verloren, aber wir haben auch die Nachfolge hier und der wird auch gleich vorgebracht. Es gibt eine Fanfare, es ist dieses altbekannte Theme, The King's Arrival, erst mit, fand ich schön, ja wirklich vorgespielt richtig und dann auch nochmal bearbeitet und dann Aegon. Also die spielen wirklich das Thema von Javali, ne? Genau, ja. Und dann sieht man tatsächlich Aegon und er macht sogar eine halbwegs gute Figur, wie er da durchmarschiert. Er kommt natürlich längst nicht an Viserys Auftritt von letzter Woche ran. Ja. Der ja wirklich, der wird wahrscheinlich zu den ikonischsten Szenen der, wahrscheinlich der ganzen Serie zählen, Viserys letzter Gang zum Thron da. Ja. Aegon geht jetzt da auch durch, schlendert da so ein bisschen und kommt dann schließlich bei Otto und Alicent an. Ja, eine Zeremonie, in der man so sieht, die Leute, die sind erst mal, ja, die gucken mal, was passiert. Die Blicke auch da von Helena und Aemon, finde ich toll, denn während der Krönung und dem Ganzen, was dort gesagt wird und Crowd, ausgerechnet der, der ihm die Krone aufsetzt. aber schön die Blicke, also von Helene, die sieht ihren Bruder da die ganze Zeit an, während Aemon wegguckt oder beziehungsweise, ich glaube, erst dann hinschaut, wenn er tatsächlich die Krone auf dem Kopf hat. Also er konnte es wahrscheinlich da das gar nicht, also dass die Krone auf seinen Kopf Platz nimmt, das konnte er sich wahrscheinlich nicht ansehen oder so. Und inzwischen sieht man schon so, wie Reynes das Ganze zwar beobachtet, aber sich dann auch schon so leicht davon macht. Ja. Das, ich muss da sagen, du hast ja gerade schon Aegon angesprochen, ich fand das sehr gut, also du meintest ja gerade, dass der so eine gute Figur macht, wie er dann da, du zeigst mal, durch diese Salutskling durchgeht. Ja. Aber als er dann, als er dann, erst als er gesalbt wird von dem Septon, Ja. Septon Konstanz, der unter anderem auch eine der Quellen ist, tatsächlich in dem Feuer und Blut, auf die sich das immer wieder bezieht, der wirkt doch dann, als er, als er die Krone aufgesetzt bekommt von Kristen Cole, der wirkt tatsächlich sehr unbeholfen. Also der weiß zum Beispiel nicht, dass er sich jetzt umdrehen und sich dem Volk präsentieren muss oder was auch immer und guckt irgendwie von einem zum nächsten und die neigen alle so ganz leicht den Kopf, weil sie, es ist jetzt halt der König, ne? Und es gibt ja auch diesen Erst, sehr verhaltenen Applaus, der wirklich fühlt nur von den Rändern, also von den Wachen her kommt und erst dann, aber schon in diesem Moment geschieht ja was in Aegon, der ja, wie gesagt, keinen Bock so richtig hatte, aber dann, das doch mit dem Applaus, der dann einsetzt, dann doch genießt, plötzlich. Und glaube, in ihm macht's dann Klick und ich hab ein bisschen Angst vor diesem Klick, weil, wenn er plötzlich feststellt, oh shit, der ist jetzt der König, dieser Typ, ist du unter den, den Krönungen in Westeros, wo landet diese Zeremonie bei dir? Ich find's grad interessant, weil ich das tatsächlich, bis dann, er das Schwert erhebt und so, und die Mängel halt da so zeigt, so, ich bin der neue King, hab ich tatsächlich damit gerechnet, dass er jeden Moment irgendeinen kleinen Dolch rausholt und sich den Killer rammt, weil er einfach keinen Bock auf die Scheiße hat. Also er fühlt auf mich wirklich sehr unsicher und ich dachte, er macht den Tommen, wie wir Game of Thrones-Experten das gerne sagen, hab er aber da nicht gemacht. Er hatte ja halt kein Fenster zur Verfügung, das ist so. Deswegen ja das Messer. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, wie schnell, wie geil er das findet. Ja, ja. Aber ich glaub, der ist halt auch so einfach gestrickt, dass er merkt, oh, die Leute jubeln mir zu, jetzt find ich's geil. Ja, vor allem die jubeln genau, also der zieht dann ja sein Schwert, ich glaub, Schwarzfeuer heißt es, ne? Und direkt ist dann ja so in die Höhe und die Menge tost dann wirklich genau dann, also das ist fast so wie bei einem Konzert und ihr müsst mal bedenken, wie viele, also im Buch heißt es, das sind 100.000, die da reinpassen. Und überleg mal, du kriegst du Krone auf den Kopf gesetzt und dann so ein Massenevent, in Anführungsstrichen. Das ist ja, das ist so ein bisschen eigentlich wie im alten Rom, beim Kolosseum, wo es dann auch irgendwie Leute gab, die dazwischen saßen und es abgelehnt haben, aber als dann halt die Menge gejohlt hat, wurden sie mitgerissen. Das ist ja ein ganz klassisches Phänomen. Und das sah ich hier bei ihm auch so ein bisschen. Vor allem, wie gesagt, ihr müsst bedenken, er ist jetzt mal von jetzt auf gleich der König geworden. Ja? Das, also ich fand es eigentlich sehr glaubwürdig, auch wie er darin aufgeht. Also ich weiß jetzt zumindest, wie sich Prinz Charles fühlt. Das ist schon mal etwas. Ja. Oder fühlt sich Charles. Kleiner Kritikpunkt, vielleicht an der Szene, Paul hat ja gerade eben schon gesagt, da sah die Septe nicht so schön aus, irgendwie sowas. Ich fand die Außenschots von dieser Kathedrale, fand ich dann schon auch sehr artifiziell. Ja. Habe ich ein bisschen rausgebracht, weil ansonsten die Serie immer sehr, sehr gut getrickst ist. Ja, das, ich könnte mir vorstellen, das ist wahrscheinlich auch mit, ja gut, so total jetzt nicht, aber man muss bedenken, das wurde ja alles zu 100 Prozent unter Corona gedreht. Und ich nehme an, da mussten sie irgendwie auch, weiß ich nicht, gerade bei solchen, also solche Massenszenen kannst du ja unter Corona eigentlich gar nicht drehen. Es geht mir gar nicht um die Massenszenen, das haben wir gut gelöst. Einfach, du zeigst aber mal für drei Sekunden ein paar Füße, die von links nach rechts gehen. Ich meine wirklich so die Außenaufnahmen von diesem Gebäude, das sah schon sehr künstlich, artifiziell aus, aber das sei nur am Rande erwähnt, weil es ist mir einfach aufgefallen, weil ich finde, dass die Serie wirklich gut aussieht. Also technisch kann ich da echt wenig bemängeln. Fand die Krönung an sich eher uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wartete auf einen Knall, der kam dann aber zum Glück halt noch. Oh ja. Also meinetwegen können wir gerne zu diesem Knall kommen. Gut, dann muss ich mal kurz hier, wie heißt die Frau jetzt noch mal mit dem Drachen? Reynus. Reynus. Folgendes. Reynus ist meine Lieblingsfigur. Ich mag die von allen Figuren am liebsten. Aber etwas, was mich wirklich ein bisschen gestört hat, ist, wie viele Leute sind jetzt draufgegangen? Also das arme Fußvolk. Also da müssen die wirklich hundertmal platt gemacht sein, weil dieser Drache da einfach von null auf hundert diese, ich nenne es mal, kathedralisch kommt. Und ich hatte sie eigentlich immer so eingeschätzt, dass sie schon ein bisschen was für das Volk übrig hat. Aber das wirkte jetzt so ein bisschen so wie, ja, Daenerys in Staffel 8. Der Auftritt auch ganz klar, also zu Kosten, ja, einiger. Ich habe gesehen, auch die Panik, die dann dort ausbricht. Oh ja. Das hat was von Titanic schon. Auch einige nicht, also ja, man sieht ja davon eigentlich gar nichts. Tatsächlich von, das Volk ist da in dem Moment uninteressant, sondern wirklich zählt dieser Auftritt mit ganz viel Staub und also Grummeln des Drachens und dann baut sich dieser Drache da auf und Reynes hat ihren großen Auftritt für die Folge, die ja einfach ihren Drachen geholt hat, den sie ja vorhin schon holen wollte und jetzt ihn geholt hat und einfach von oben, äh, von unten durch die Decke gebrochen ist. Was jetzt auch nicht so der sicherste Spot ist, wenn der Drache da so einfach durchkommt, dann habe ich mich auch gefragt, also dass Reynes da gar nichts so abbekommen hat, ist auch glücklich verlaufen? Ja, sie hatte auch eine schicke Rüstung an, ne? Wobei, aber wie ist das, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, was ist, ist es auch irgendwie teilweise ein bisschen witzig, weil da ist halt dieser neue König, der sich vor ungefähr noch 20 Sekunden keinen Bock hat und plötzlich gemerkt hat, oh, die jubeln mir alle zu, ich bin der Geilste, Schwert hoch, Schwert hoch und dann zack kommt so ein Drache, da denkst du auch so, ich hasse meinen Job. Als dann der Drache kommt und, äh, dann der, das Drachengesicht halt ungefähr 2,50 Meter von Alison und ihrer Family entfernt ist, dachte der nur so, ne, wir machen die jetzt nicht, das ist ja, das ist ja dann, das ist ja eine rote Hochzeit mal 20, also, und ich würde ehrlich sagen, ich, ich sah schon so, dachte, oh ja, bitte mach es, bitte mach es, bitte mach es, und dann sieht sie halt, also, stellt sich ja Alison vor ihre Familie und vor allem auch vor den König und dann kommt halt von so einem Blick von der Drachenreiterin, deren Namen ich wieder vergessen habe, ja, ich bin, Reynus, genau, Reynus, danke, ähm, und, also, ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert habt, aber ich hab mir irgendwie, also, für mich wirkte das jetzt rückblickend so, sie wollte nochmal klar machen, pass auf, ich bin nicht weg vom Fenster und ihr könnt mich auch nicht jetzt einfach so als Spielbarbe behandeln, ich bin hier schon eine, eine sehr wichtige Partei in diesem Spiel, ja, ähm, und gleichzeitig, da hab ich mir, dachte ich so, okay, sie tut eher nichts und ich fand diesen Blick, gerade als sich Alison halt vor ihre Familie stellt, ähm, weil, ähm, wie heißt die Frau noch gleich? Reynus. Du bist selber drauf gekommen. Reynus, okay, danke. Für mich war das so, weil die hatten, also, Reynus hatte in den letzten Folgen schon so oft so Gespräche, wo es auch darum ging, geht so um die Rolle der Frau und dass die Frau ja eigentlich irgendwie versuchen muss, das Ganze irgendwie aufrechtzuerhalten, auch die Männer so ein bisschen zu lenken, es ist ja, es geht ja auch durchaus um Emanzipation in dieser Serie und dass sie vielleicht in Alison auch sieht, okay, sie könnte mit ihr eine Verbündete haben, nicht unbedingt, dass sie den Thron besteigt, weil ich glaub immer noch, dass es dir ja relativ egal ist, wie sie ja jetzt wirklich mehr als deutlich gemacht hat in den letzten, äh, sieben Folgen, sondern dass sie glaubt, dass, dass Alison schon jemand ist, der wirklich, sag ich mal, Frieden bringen könnte. Ich glaube aber zumindest, dass, dass, das war eine, ja, hätte sie mal lieber Dracarys gerufen. Sie spielen ja da kurz damit und lässt sie dann einmal einschreien vom Drachen, was auch schon sehr eindrucksvoll ist, zumal halt nichts mehr mit den Drachen an sich zu tun haben. Gut, Aegon und Aemond schon, aber die Hightowers an sich. Und sie schlägt sich ja, also, also ich glaub, in Alison setzt sie jetzt schon eigentlich keine Hoffnung, weil sie schlägt sich ja eindeutig, indem sie auch den Drachen mitnimmt, schlägt sie sich eindeutig auf die Seite von Rhaenyra. No? Ja, aber sie bringt sie halt nicht um, sie lässt sie am Leben. Das ist, glaube ich, das war, ob du hinaus wolltest. Also die wollten die ja unbedingt für sich gewinnen, weil es ging auch darum, den Drachen zu haben. Ja, ich bin klar, dass es um den Drachen geht. Der war ja auch sehr brusant. Also den hände ich auch gerne bei mir im Quartetsch mit drin. Aber sie haben, sie haben, das darf man nicht vergessen, Aemond hat Vaga, ne? Ja, aber ich glaube, was man da nicht vergessen darf, ist, egal wie groß der Drache ist, wenn du einen hast, hast du einfach einen gewissen Stellenwert und ich glaube, dass die Frau, die mit R anfängt, auch wirklich mehr Erfahrung hat mit dem Drachen. Gut, dass sie mit R anfängt. Genau, Roberta oder so. Ich kriege diesen Namen aber nicht. Aber da ist jetzt halt die Frage, also diese ganze Szene, die weicht ja von der Vorlage ab. Ich muss auch sagen, ich habe es nicht kommen sehen, absolut nicht. Ich habe mich total erschrocken. Ja, ich war auch erschrocken, weil ich auch erst gar nicht gecheckt habe, was jetzt hier abgeht. Ich habe gedacht, also Reynus klar schleicht sich raus und die sehen wir dann wahrscheinlich am Ende. Entweder sehen wir es noch diese Folge, wie sie bei Rhaenyra ankommt oder wir sehen sie halt davon fliegen. Aber ich hatte nicht mit diesem, mit diesem ja wirklich Knallen nochmal gerechnet und muss auch sagen, also für den Moment funktioniert der schon, aber je länger man auch darüber nachdenkt oder diesen Moment eben zerdenkt, ist ja auch nicht wirklich so richtig. Es ist ein bisschen Effekthascherisch, würde ich sagen. Ja, ja. Aber es ist ein schöner Moment für Reynus irgendwo. Vor allem, also warum sie die jetzt nicht gekillt hat. Klar, das sind alles Figuren, die der Plot noch braucht. Das ist dann so ein bisschen wie bei Schönbrüster an Rings of Power. Was? Buh, Reynus hat das Drehbuch gelesen. Ja, wahrscheinlich oder eingeäschert. Aber auf der anderen Seite, also selbst wenn das jetzt nicht so wäre, man muss bedenken, was stehen da für Personen? Der frisch gesalbte König vor allem, der ja auch noch irgendwo ein Targaryen ist und sie ist ja auch selber ein Targaryen und ich glaube nicht, also ich glaube, Reynus hat dann irgendwo auf Skrupel sozusagen auch Familienmord zu begehen, ne? Ja, sicherlich. Und wie gesagt, sie ist ja sowieso nicht diejenige, die jetzt unbedingt Mord als das Handwerk immer nimmt. Und ich fand's dann auch noch ein bisschen so komisch, wie ich hab als erst gedacht, die macht jetzt das komplett und bricht mit dem Drachen durch die Decke. Aber dann schlängelt sich dieser Drache da durch diese also die sah erst winzig aus. Durch das Tor. Schon riesig, aber es sah so irgendwie so lustig aus, wie er sich da durchgeschlängelt hat, weil ich alles gedacht hab, der Drache passt doch niemals durch. Aber die war schon ziemlich gigantisch, die Tür. Positiv, wie gesagt, das hatte ich so ein bisschen befürchtet vor der Folge, dass es hier, dass man diese Folge 9, diesen Impact von der Folge 9 so versucht, wie man es Mitte der Staffel mit der Hochzeit hatte, jetzt eben auf die Folge 9, dass hier wirklich was Krasses irgendwie passieren muss. das ist nicht wirklich passiert, man hat diesen Knall am Ende, der, ja, den man so oder so sehen kann, aber es ist zumindest nicht das geworden, es ist nicht wieder eine Kopie oder so von der Mutterserie geworden, was ich schon mal ganz gut finde. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie sie, die Schwingen dann mit Folge 10 der Staffel dann abschließen können für diese Staffel. Ja, ich bin, ich bin gespannt, ob sie, also ich, ich fände das cool, wenn sie wirklich die Tradition der berühmt-berüchtigten Folge 9, also hier mit, zumindest mit der Staffel haben sie sie jetzt tatsächlich ausgehebelt, klar, dann wird es wahrscheinlich dann einfach Folge 10, aber also dadurch entwickeln sie ja schon irgendwie jetzt ein bisschen mehr Eigenleben, ne, da lösen sie sich dann so ein bisschen. Da muss man da ja auch gucken muss, in Game of Thrones Staffel 1 war es in Folge 9 ja auch noch nicht so groß, sind ja auch immer nach und nach gewachsen. Aber Folge 9 war ja schon der Punkt. Da wird Ned Stark geköpft, also. Ach ja, stimmt, ja, da seht ihr mal, dass ihr mich einladen wollt bei solchen Sachen, ich hab keine Ahnung. Ich hab nämlich, ich hab da auch noch mal geschaut, es war wirklich jede Folge 9, die Kacke am Tampfen, also. Also, Moment, erste Staffel Ned Stark geköpft, zweite Staffel Blackwater, dritte Red Wedding, vierte Schlacht an der Mauer, fünfte Shireen und die Arena, sechste Bastarde und dann, ja gut, dann gab's halt. Also, es zieht sich wirklich komplett durch, ja gut, und bei Dings hast du halt Folge 5 dann bei Staffel 8, ne, ja. Gut, ähm, wer noch was zu ergänzen hat, kann das jetzt gerne tun in einem kleinen Fazit zur gesamten Folge. Stu, bitteschön. Fand ich nett, äh, war, glaub ich, mit 53 Minuten auch bislang die kürzeste Folge, ne? Ja, eine der kürzesten auf jeden Fall, ja. Eine Staffel, genau, ähm, es gab sehr viele schöne Szenen, wie gesagt, meine liebliche Szene war die, wo Otto Heiter da im, äh, im Thronsaal, glaub ich, war es halt eben die Leute halt nach, äh, ihrer Meinung fragte, ähm, das, äh, war wirklich toll, ansonsten hab ich halt einfach so mit der, ich nenne es mal Wandlung, äh, oder der Zeichnung von Alicent, so meine Probleme, ähm, ja, kann ich nichts dringend ändern, das Ende war schön, aber ihr habt recht, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr, was, Fragen kommen auf, ähm, ist so ein bisschen wie dieses so, ihr Fluchtfahrzeug steht bereit, übrigens, ihr Fluchtfahrzeug ist ein Drache. Ja, 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 ja. Ich hab jetzt schon im Internet so ein bisschen gelesen, dass viele sagen, das ist die beste Folge bislang, kann ich weder was gegen, noch was dafür sagen, ich fand die okay, ganz gut sogar, ich bleib dabei, es ist gute Serienunterhaltung, aber, ähm, sie löst sich ein bisschen mehr von Game of Thrones, das stimmt, aber es ist immer noch so ein bisschen Game of Thrones, Business as usual. Ja. Das ist aber, glaube ich, ein Kritikpunkt, äh, da gibt es schlimmere Kritikpunkte, wie zum Beispiel, die Serie ist langweilig oder schlecht und beides trifft da jetzt nicht drauf zu. Ja, ich kann tatsächlich gar nicht so viel zu dem Gesagten jetzt in der Folge hier ergänzen, ich persönlich finde die zweite Staffelhälfte bisher besser als die erste, weil sich auch wirklich langsam so eine etwas kohärentere Erzählung einstellt und auch die einzelnen Folgen ein angenehmeres Pacing haben oder weil es nicht mehr so zerklüftet wirkt und bin gespannt auf das Staffelfinale. Dom. Ja, äh, was soll ich noch großartig sagen? Ich fand die Folge ziemlich stark, ähm, der tut auch, das habe ich dir ja auch, glaube ich, äh, so im Discord geschrieben heute, Paul, äh, dieses, dieses Kammerspielartige, das ist schon jetzt sehr auffällig in der, in der zweiten Hälfte. Und das tut der Serie ja auch wirklich gut. Äh, ich hoffe, dass sie das beibehalten, wobei ja gut, so viel Kammerspiel ist dann jetzt demnächst nicht mehr. Äh, zumindest, ja gut, in der Staffel noch, aber in der anderen dann jetzt eher nicht mehr. Aber, äh, nee, eine wirklich tolle Folge, dieser, ähm, dieser Touch schon, schon wirklich so was, teilweise Minuttiöses, das gefällt mir sehr gut. Ähm, und ja, es ist, es hatte wirklich so eine, es ist, hatte so einen, so einen Hauch von Thriller manchmal. Ja, nee, doch, das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ja, das Ende ist so ein bisschen, hatte ich ja schon gesagt, effekthascherisch, aber ja, so what, äh, kann ich jetzt auch mit leben und, ja, äh, ich, ich würde die Folge jetzt nicht, also Driftmark nimmt für mich immer noch den Pokal mit nach Hause oder auch die letzte Woche, aber, äh, ich sehe hier keinen großartigen Qualitätsabfall und ich freue mich jetzt wirklich sehr auf das Staffelfinale und ich hoffe nicht, dass es total vollgestopft ist mit den Ereignissen, die jetzt noch kommen müssten, weil es geht dann wahrscheinlich wieder nur eine Stunde und es wird ja auch einen sehr klaren Fokus haben, aber wir werden es sehen, ich freue mich drauf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn auch ihr uns eure Meinung mitteilen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder an die Mail info at tele-stammtisch.de, bewertet auch gerne unseren Podcast. Ich bedanke mich ein weiteres Mal bei Stu. Äh, ja, war okay, danke. Ähm, danke natürlich auch an Dom, dass du wieder mit dabei bist und du hast ja jetzt, äh, nicht mehr ganz so viel zu tun, weil eines der Recaps und jetzt fällt es mir gerade noch ein, aber wir erwähnen es jetzt zumindest hier nochmal am Schluss, äh, die Hederinge-Recaps sind ja jetzt erstmal durch, oder? Die sind durch, genau, es kommt aber noch eine Abschlussbesprechung, äh, die wahrscheinlich erst Ende der Woche online sein wird, äh, und da haben wir, äh, lustigerweise habe ich gerade eben das Memo-Bus, kommen, wir werden da einen, äh, ganz besonderen Gast haben zum Thema Tolkien, da freue ich mich sehr drauf, kann man sehr gerne reinhören, natürlich auch in die aktuelle Besprechung und, ja, ich bin ganz froh, dass ich jetzt, es, es war schon jetzt echt hart, das parallel zu fahren und ich bin froh, dass wir gerade jetzt mit dieser Serie das auslaufen lassen können. Und ich bin sehr froh, dass ich als Tolkien-Expert bezeichnet werde, das wollte ich noch nie genau sagen. Ja, wer sich davon überzeugen will, äh, ob es wirklich Stu ist, der, äh, kann da gerne reinhören oder auch gerne in die anderen Besprechungen hier beim Telestammtisch. Wir haben da auch so einen ganzen Feed voller Filmkritiken, jetzt neulich erst zu Halloween, Punkt, 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 Ends, glaube ich, äh, oder zu Gänsehaut um Mitternacht, äh, da kommen ganz viele Sachen, wenn euch das interessiert, hört auch da gerne mal vorbei. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mal am Orgulis. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.